So, wir fahren jetzt gleich in die Einführungsrunde, Jungs. Hey! Ich brauch mal Geschwindigkeiten. Schnell. Ja. Achso, da ist dieses Fenster gut, alles klar. Kommt, Tab, Pro, ich öffne es. Geht vielleicht erst, wenn das ein Fall gegeben ist. Ja, bei mir sind die Seiten halt alle leeren. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, Peace. Dankeschön für 10 Monate. Say hello to my little friend. Blackbeam. Dankeschön für zwei Sams. Hyper Hyper. Ich muss wirklich gesoffen haben, als ich da 1, 2, 3 eingetragen habe. Du hast es nicht eingetragen. Das war ich. Vincent, du bist so ein scheiß Verräter. Du bist halt wirklich so ein richtiger Verräter am Top-Ten-Team, weißt du? Michael und meine Wenigkeit, wir haben super lange an dem Namen gesessen und gemacht, weißt du? Startnummer übernommen. Und du Verräter 1, 2, 3, weißt du? Das würde ich ja auch noch sagen, dass das Team ja auch in die Top-Ten-Racing heißt. Oh Gott, das ist ja noch vier Stunden. Warum macht ihr das, Alter? Michael, jetzt sag doch auch mal was dazu. Ja. Genau. Es war halt ohne Scheiß, ohne Scheiß, es war halt am Anfang wirklich so bei der Eintragung. Also, bei der anderen Sache, bei der anderen Geschichte, da habe ich mich gehört. Ich weiß, das ist, ja. Ey, Season Skip bitte, ich will neue Anmeldungen. Wir können ja, wir können ja nächste Season uns anders anmelden. Wie sieht das denn aus mit der 1, 2, 3 da hinten auf dem Auto? Supergeil, ich finde das sexy. Okay. Chat, wir müssen ganz kurz, wir fahren so. Wir fahren nur noch so. Jetzt... Du bist der Filme, das stimmt. Ja, wir sind Enough, ja. Die Zahl zieht sich ja trotzdem wegen der Anzeige links unten. Das musste auch ausschalten. Furchtbar. Fehlt schon wieder ein Auto. Man merkt, dass Sommer ist, wenig Anmeldungen. Mhm. Gibt schon wieder 29,3 hier in der Bude. welchen gang kommen eigentlich an 1 1 1 kannst du kannst du erfolge ist auf der bremse bleiben und gas geben das geht gut da habe ich mir bei hennaug schucks habe ich mir jetzt abgeguckt und der staat auf jeden fall mit schleifender bremse da zieht er einmal richtig der kübel geht ja auch vorwärts wird in der stadt nun mal initialisiert spitz start vorsicht aus das platz ja michel macht das witz setzen angriffe erst dran sehr stark schön schön weggekommen beiden sind noch nicht so geil alles gut der hinter dir struggelt weil wenn sie dem genick sitzt also du hast ja du hast luft strecke so auch fast also nicht zu übertreiben oder kommt der angriff in der rallye zu zweit jawoll das westen autos auf p2 leute let's go haben wir eine mindestfahrzeit nein eine stunde fünf maximal fahrzeit wie weit kommen wir mit dem ganzen tank eine stunde auf die minute macht es nicht sinn beim 2 zu fahren du kannst die ersten runden ruhig mal einen spritspargang einschalten die ersten runden versuche ich erst mal weg zu fahren ja gut die bimser doppelführung nicht schlecht junge starke rundenzeit michel 153 so schnell war keiner aber das ist das eklige fast man die karre rutscht du willst du bist guter fahrer du kannst das die meter kann doppelführung auf imola sind so viele autos gut ist das sein schmarrn rechtfertige ich dich also mein pitwall funktioniert nicht keine ahnung ich kann dir leider keine infos geben pitwall sagt nein verstehe aber auch nicht warum der müller von gestern nicht in stadt fährt vielleicht sind nicht da wohl kann sagen oder war eine andere strategie also halt nicht mit dem schnellsten wir fahren gerade imola acht stunden witz hatten cut bekommen glaube ich das ziemlich weit raus gekommen kann man dich nicht um hinten teamchef vincent heute ich kann heute den gefühlten halben tag chillen einfach kann hier sitzen dumme kommentare von mir geben und ja 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 ich fühle den mute schon du schlawiner ich weiß was du da machst ja dich muten also ich fahr jetzt erstmal ohne risiko ne ja genau ist das nicht wie immer ja das hat vincent nur noch nicht erkannt dass das wie er weiß ich weiß es aber ich spreche es nicht aus ne pitwall funktioniert nicht also irgendwie seit dem letzten rennen haut das nicht mehr vernünftig hin ich habe gerade nochmal deswegen nachgefragt weil laut orga gibt es ein pitwall aber ich habe da jetzt gefragt ob vielleicht reden wir da eine antwort wie geil ist das wenn die da in der f3 camp da den berghof fahren danke für acht pro stunde in der markt vielen vielen dank besser als nix noch 18 gut vielen dank mehr als ich auf arbeit bekomme cool cool oh oh ah jetzt funktioniert kommkapp ja jetzt ok jetzt geht's okay jetzt geht's here we go ich leade noch durch gerade es war übrigens an von der sonne falls ihr schwestern auto auch sehen wollt jay ist mit am stream könnt ihr das ganze noch mit einfangen ich glaube vincent hat auch alles schwebe an michael ist auch an also falls ihr direkt von michel gucken wollt ray ist auch der am schwestern auto könnt ihr quasi direkt euch reinziehen das ding also für die leute die auch auf wetter das gott schon drauf sind nebenbei da ist im streams chat sind alle stream links verlinkt kann jeder alles durch zu kippen mir geht's gut svenny ja mir geht's gut ich bin ein bisschen müde letzten drei vier wochen waren ganz schön anstrengend ich bin nicht so es ist kein event das sind schon einige schnelle leute unterwegs aber sonst geht es mir gut wie geht's dir bei dir auch alles was hat was hat da ein freebie event was nein lucky ja weil er meint weil ihr p1 und bis 10 so unterschiedlich sind aber ich habe gesagt und das war ja im nürburgring ja auch so da waren in den top 10 schon echt viele unterschiedliche schnelle teams unterwegs also okay vincent gibt alles ja dann muss ich halt auch gas geben der nutzt da muss er erst mal ran also ja ich wollte halt jetzt nicht full senden ja musst du auch nicht wenn winz das macht muss ich das auch machen denn nur 1,4 sekunden kann soll er noch ein bisschen herankommen dann lasst dir zeit vorne das finde ich sehr schön welche nummer hat das schwesternauto 117 direkt hinter uns das passiert ja nix alles in 8h leute sind team absprachen eigentlich erlaubt also mit schwesternauto keine ahnung ja heute sollen wir uns absprechen wir wollen erster sein und so fahren wir auch fertig abgesprochen die nech sind verkackt Abstand hält sich ja, weil er jetzt irgendwo verkackt hat, ja Sektor 2, oh Andy, Moinsen, was geht, danke an euch alle, aber hier, die fahren auch gute Zeiten, 42, 0 und 24, wie gesagt, ich versuche halt keine Cuts zu kassieren, ich denke das ist genau so ein Support oder Unterstützung und in diesem Sinne sagen, wenn Vincent da Präsent macht und auf alles geht, dann soll er das machen und das ja auch. Vincent fährt für Jay raus, kompensiert Jay jetzt. Wir hättest noch nicht in die Küche gehen dürfen, warum, was hast du verpasst, also du hast nicht viel verpasst. Ey Andy, Dankeschön für 86 Monate Zupiuma. Wo ist denn der P3 hin eigentlich, da ist ja komplett runtergerutscht. P45. Ja, ist richtig zurückgefallen. Und GrooveListix, Dankeschön für 46. Vielen Dank euch beiden. Übrigens Prediction ist auf, wenn ihr rein... Bist du Dirk? Hallo Dirk! Ist Thorsten eigentlich auch da? Also dein Thorsten? Äh, ne noch nicht. Der hatte gestern, der hatte gestern Internetprobleme. Uh, der ist nicht gut. Bist ja alle ihren Thorsten haben. Nur wir nicht. Ich hab keinen Thorsten. Du auch nicht? Nö. Also wird bestimmt jemand da sein bei mir im Chat, aber ich hab keinen Thorsten. Also nicht so'n Thorsten. Kassenan-, äh, Aufruf an Kasse 3 für Dissis Thorsten bitte melden. Dennis wir haben doch Zeit! Es wurde gesagt, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das war ich zum ersten Mal. den herrn wallach den kämpfer doch ich grüße ich moin danke an euch alle für euren support und unterstützung und in diesem sinne sei jetzt ich bin weg ja aber der fährt hat auch etwas aggressiver oh bitte hoch hey vorsichtig Richtig kranke Zeiten, ne? Ich bin froh, wenn ich jetzt 42.3 oder sowas noch fahre. Ja. Weil du bedenkst, wie krass du da einfach rüberräubern musst, ne? Ein bisschen räubern, aber auch echt wie ein Weltmeister. Ich hab gestern im Qualifying, hab ich geguckt, mir ist ja fast alles aus der Sicht gefallen. Ja. Richtig, richtiger Räuber. Wie stark wollen sie den Curb cutten? Michi so, ja. Alles. Alles. Ich werfe das Auto in die Kurve, ich werfe es einfach. Es existiert da gar kein Curb, es ist einfach nur ne Kurve, ne ganz normale Kurve. Ich will einfach so cut, diese Formel 1 Mercedes den gerade durchziehen gefühlt, Cutper. Einfach Vincent Potters. Ach Vincent, nervt mich doch nicht. Fast immer die gleichen Zeiten. Ja, ja. Ja, ja. Ah. Oh Gott, ist ein Cut? Mhm. Oh. 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 Okay. Wie stark, ja. Wie gesagt, das ist das, was ich meinte, dass diese Linie einfach komplett gestört ist, weil so, ja, du fährst einfach komplett drüber. Das kannst du mit dem Fefe nicht machen. Ne. Der fliegt dir weg. Aber, ja, aber ich glaub, du kannst halt andere Linien halt mit den Hackern fahren. Aber ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie Mavix im Ferrari da die Linie gefahren ist. Ja, der ist auch ganz schön schnell gewesen. Der ist letztens ja auch mit dem Fefe mit gefahren. Ja, ja, genau. Ja. Ich hab' ihn ja auch geschrieben und gefragt so, was er denn für ne Pace so geht mit dem Ferrari auf der Strecke so. Ähm, seine Aussage war, bei den Temperaturen für 41 hoch, ohne Traffic. Also, es ist schon. Es ist halt auch ne krasse Pace dann auch. Also, wenn du steckst bei 30 Grad, ne 41 hoch ist schon. Ich bin der Meinung, dass der Benz bei wärmeren Temperaturen besser geht. Ja. Das Kalt liegt dann auch nicht so. Jetzt ist Vince schneller ein Zehntel. Ich mag halt den, äh, bei den hohen Temperaturen vom Grippgefühl mehr, weil das ist mir halt bei der Kälte halt so rutschig. Deswegen bin ich froh, dass ich die letzte Stints fahr, weil da fühl ich mich wohler. Also, wenn's zu dunkel ist und zu kalt, kann ich nicht fahren, bin ich sauschlecht. Ich fahr super gerne im Dunkeln. Hast du dich da, wenn's so, äh, da ist das so ein bisschen, ja, ein bisschen slidey bisschen. Hast du dich da wohl gefühlt? Ja. Ach, nein. Fehler. Ich fahr echt gerne im Dunkeln und auch im Regen. Ja. Deswegen fahr ich ja in den 24ern über die Nacht. So, ja, gut. Jetzt muss ich hier, wenn's irgendwie wieder loswerden. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Risiko fahren. Ja, du könntest halt mal anfangen schnell zu fahren und nicht in die Kaffeefahrt machen. Ja, weil Kardon hat so einen Kaffee beiseite, ey. Genau. Ja, jetzt lenkt doch mal bitte mit zwei Händen. Tu mal die Hand aus der Oben, Sascha. Äh, ich fahr als dritter heute. Also in vier Stunden. Ach Mensch, was ist denn jetzt los? Wir reden zu viel. Du kannst, du kannst ja auch theoretisch ihn vorbeilassen, dich mit Map 2 ranhängen und ein bisschen Sprit sparen. Und dann kannst du ausruhen, wieder ein paar Runden zum Ballern. Ja, gut, aber... Hast du gerade gesagt, wir sollen bei 1 jemand durchlassen, um Sprit zu sparen? Nein. Hast du zu viel Dalu-Karten geguckt und denkst jetzt, das ist taktisch insane, oder wie? Zabbein! War ja nur ein Vorschlag. Es war ja kein... Es war ja kein... Kein Call so. Mensch. Da hab ich die Linie nicht mehr. Ich geh kaputt. Bist du vielleicht doch erst etwas ruhiger haben und weniger das... Nö. Das fängt jetzt wieder an, so wie gestern im Quali. Die ersten Runden waren gut und dann hab ich keine Linie mehr getroffen. Erfurt geht leider... Du musst schonmal schnell einer rauchen gehen. Ja, los. Bis Sam. Ja, ruf mal Lisa an, sie soll mal kurz... äh, kurz fahren. Wird sich freuen. Wenn's denn kommt? Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö. Nö, nö. Die kommt aber auch gut rum und die letzte Kurve, ne. Ich glaube, das ist auch der einzige schlechte Sektor von Michel, wenn ich das gestern gesehen habe, der hintere Also, was heißt schlecht, halt, im Verhältnis gesehen zu den anderen Ja, es ist halt, wenn so gestern war es halt, wegen dem Floor hat Michel halt einfach gerade richtig halt Ja, Michel ist richtig nervös gerade Ja, Michel ist sein erstes Mal heute Der Bentley verliert aber auch nicht Land Also, der geht die Pace aktuell mit Ich sollte hier Michel sagen, vom Chat Vielleicht sollten wir nächstes Mal die schnellen Fahrer als Startfahrer reinlassen Das wäre schon dafür Alter Ich bin mal kurz weg Ja, bis gleich Jay hatte schon gehofft, dass er dich als Gegner hat Nee, Jay fährt gegen Exzentren Ich fahr, glaube ich, gegen Ray oder Max Leute, hört mal auf, bitte Also, Vincent, der kriegt echt viel auf den Deckel Lass mal, lass mal Elvinco, Elvinco sein Bitte Für ein Rennen Schaffen wir das? Gehen wir das hin? Lass mal Vincent, Vincent sein Einrennen und dann Hakt auf mir rum oder so Hast du eigentlich schon mal gesehen, dass wir einen Superschönen Sterne im Himmel haben? Naja, guckst du mir die ganze Zeit an Ja, das machst du, deswegen fährst du es so langsam Ich habe übrigens eine Längsteine gefunden Für den Simocube Danke für den Hinweis gestern nochmal Oh, Little Blacky, ja Ich glaube, es sind einige vielleicht neu hier Das ist hier gerade ein Endurance-Rennen Das bedeutet Zu deutsch Langstrecke Langstrecke bedeutet, dass wir in GT auf Zeit fahren Also in diesem Rennen fahren wir jetzt acht Stunden Und das läuft jetzt bei uns in unserem Team so ab Dass jetzt Michel, der gerade unser Startfahrer ist Der fährt jetzt zwei Stunden Er fährt nach einer Stunde in die Box Tankt nochmal auf Kriegt neue Reifen Fährt nochmal eine Stunde raus Kommt in die Box Und dann übernimmt Xentren das Auto Also der nächste Teamkollege Und der macht das gleiche nochmal in grün Also der fährt danach auch zwei Stunden Falls ihr mal so Wörter hört wie Stint zum Beispiel Das bedeutet, dass wir von Boxenstopp zu Boxenstopp Die Periode dazwischen Das ist ein Stint Das heißt also demzufolge Michel fährt jetzt zwei Stints Danach fährt Xentren zwei Stints Und danach fahre ich zwei Stints Und so teilen wir uns als Team die acht Stunden auf Am Ende fährt dann Witze noch Also Elwinko Und so fährt jeder von uns zwei Stunden in diesem Rennen Und das ist dann ein Endurance Rennen Bei uns Also ich fahre größtenteils nur Endurance Rennen Fast auch immer in dieser Konstellation hier Größtenteils Von acht Stunden bis 24 Stunden ist alles dabei Ohne Pause Ja, also wenn du zwei Stunden im Auto sitzt Dann bist du zwei Stunden im Auto Da gibt es keine Pause Außer wenn Michel dir jetzt sagen würde Ich muss so doll scheißen Xentren kannst du das Auto übernehmen Dass er dann das Auto übergeben Nö Ich preis dann einfach Oder so Ja gut 24 Stunden gibt es wieder im Winter Nö 24 Stunden gibt es hier Wenn wir eins finden Fahren wir da bestimmt mit Ich weiß gar nicht was das nächste ist Irgendwas ist noch auf dem Zettel Aber ich glaube nächstes Wochenende ist wieder nix Ich bin gerade nicht so im Bilde Was der Rennkalender sagt Hektar moin Nöbo kriegen 24 Stunden Wo muss man sich anmelden? Ist das noch offen? Oh 24 Stunden Nöbo kriegen Würde ich fühlen Ja Das würde ich echt fühlen Da fällt aber ein Teil von der Strecke Ja, leider Ne, das ist ja Moment Das ist ja die Nordschleife Das Nöbo kriegen Ist ja Nöbo kriegen Also dann müsstest du ja sagen Denn Na ja Im Grunde Ach Leck mich am Arsch Leck mich am Arsch Oh Übrigens Michel hast du mal Automobilista ausprobiert? Ne noch nicht Okay Hab noch keinen kostenlosen K bekommen So einer bist du also So einer bist du Ich hab das nämlich letztens probiert Und ich hab leider meine Lenkung nicht belegen können Ich hab's dann wieder zurückgegeben Oh Oh Vince Geh es wie auf die Nüsse Mann Meine Lichter sind an meine Alerts gekoppelt Und es folgen gerade sehr viele Menschen Und deswegen blinkt das dahin Also bei Subs und Trinkgeldern Und alles mögliche was ausgelöst wird Leuchten meine Lampen Diskokugel Hauptsache zwei Minuten wieder am Schreibtisch Und wieder irgendwas sagen Willkommen zurück Hi Na guten Hunger Hallo Das ist alles von Hugh Ja Eigentlich sollte es auch kein Follower Alert geben Aber ey Whatever Leuchtet es halt heute Alpha Moin Muss ja schon wieder den Lurk verlassen Ich ohne Schlaf Dankeschön für 9 Monate Mager Ey das Programm dafür ist Luminar Das Wind ist wieder 3 Zehntel schneller als ich Oh belastend Ne nur ein halbes Zehntel okay Ja viel war es nicht Er ist 775 und du 833 Wir sind von 1 gestartet Sind nur auf 1 Und der Schwesternautos auf 2 Wann geht denn eigentlich die Streams heute los Bei E3 19 oder 2017 Wurde war schon irgendwas Was Irgendwas kommt da glaube ich In 17 Das ist nur Grüßes Justin Moinsen Justin Say hello to my little friend Warte mal ich guck mal kurz Ob der irgendwas anders macht Was ist das wo der Überszeit aufholt Töne mal kurz Ossi dankeschön für 5 Fabs Mager Schwenk dankeschön für deinen Prime Und Blackbeams dankeschön für 5 Also ich kann nur sagen was ich sehe grob Er fährt TC4 Das ist das wo ich dir sagen kann Das ist was ich dir sagen kann Das ist was ich dir sagen kann Wild Ah ok danke crazy Close Net Action für 14 Dankeschön War dein schneller als ich eigentlich jetzt Wie meinst du racetime Rundenzeit Das kann ich leider nicht einsehen Sorry Moinsen Mager Die beste Rundenzeit war na 41 Von ihm Ok Say hello to my little friend Nein I have no warning Fuck Warum Ich bin langsam Und rausgekommen Und bekommen Cut Ist klar Digga Prodigy Dankeschön Dass du Konvertiert hast Von Prime Zu hard Gell Lion danke für dein Prime Und Blackbeams dankeschön für 5 Taps Muchas gracias Die Rhino würde gehen Ja klar Also du musst halt Du hast Klarnamenpflicht Aber du musst nicht deinen realen Namen nehmen Disposable Rhino Also mein Name in game ist auch Sigilentes Nicht HC Dizzy Als sie Dizzy ist ja mein realer Name Aber ich heiße in game Sigilentes Say hello to my little friend Was ist denn mit euch Eine Dankeschön auch an dich für 5 Hütten Wird das heute wieder so ein 2000 Ding Und wir müssen Poolstream Nummer 2 machen Oder was wird das heute schon wieder Dankeschön Hast du schon einen Poolstream gemacht Äh ne Aber ich habe endlich Eine Möglichkeit Einfunden einzumachen In diesem Sinne sage ich Jetzt halt den Weg Tschüss Aus Peace Cool In deiner Größe Und meinst du Ja Ich habe in Hollywood angerufen Und ich kriege das Planschbecken von Free Willy Ausgeliehen Das finde ich sehr gut Darfst du aber nur Darfst du aber nur wenig Wasser reinmachen Ja Ne brauche ich auch nicht viel reinmachen Weil wenn ich mich reinsetze Ist gleich der Wasserspiegel um 50 Zentimeter höher Deswegen meine ich ja Ja Der Schuss war aber auch aus der Hölle Bringst du dann auch über 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 Die Sandbank oder wo der da drüber gesprochen ist Ich stehe dann drunter und halte meinen Arm hoch Ja Genau so ein Ding machen wir Free Dizzy Free Dizzy Ja Das ist auch mit Greenpeace Alles schon abgesprochen Chat Ja No worries Stuhl ist danke Dass du Sonic auch Einen zugesteckt hast Ne Mit Michel wird das Eis nicht dünn Alles gut Das ist alles okay Leute Mit dir dann schon Ja gut aber das Problem ist ja auch wenn du da oben stehst Dann ist globale Erwärmung ja auch ein Problem Weil du hast so große Anziehungskraft Du Tonne Dass die Sonne halt immer näher kommt Also ja Das Eis wird dünner Ja das ist richtig Aha Dass wir die Sonne zu nahe kommen müssen Wir möchten einfach Auf den Mars verfrachten Und betreibe ich dann einfach Terraforming Ja Kannst ja vielleicht gucken Vielleicht gibt der Elon dir da ein paar Hilfe Dinger damit Kannst du Tesla auf den Mars fahren Kann ich Bitcoins minen Ja Gibt's beim Poolstream Mal klar ich schreib Ich lass mir das tätowieren Ich lass extra ein Tätowierer kommen Tätowierer in Hat er jetzt gesagt dass du dick bist Wer Michel Ja Das ist auch okay Das ist auch okay Michel darf das So Also der letzten 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 Zwei Gruppen Gehen nicht mehr so geil Auto schiebt ganz schön Über die Vorderachse Bist du schon ein bisschen mit Web 2 gefahren Nö Also mit der Einführung Sagt mal was ist denn mit euch schon wieder Ossi danke dass du Davousa ein zugeschränkt hast Und viel danke dass du super Bursche ein zugeschränkt hast Sagt mal Say hello to my little friend Was ist denn mit euch Cybercobra danke auch an der Stelle für fünf Peter danke für 100 Nein Das ist der Startnummer 777 geworden Ja das frag mal Elvinko bei sich im Chat warum der die Scheiß mit 123 angemeldet hat Und warum wir auch Red Dot heißen und nicht Top Ten Bracing Diese Fragen kann dir nur Elvinko beantworten Die ist der Anrufer von Der Anrufer 11 Sekunden zu P3 ok 12 meinst du Aber ist ja schon ein paar Runden her also eigentlich eine Runde Das muss aber irgendwo ein Fehler passiert sein eigentlich weil der hält eigentlich die Pace eigentlich also Ja der fährt nur für eine halbe Sekunde langsamer pro Runde wenn der schnell fährt Ja Also ich habe halt die Vermutung dass der Bentley hier nicht so gut geht tatsächlich Doch der geht auch Doch der geht extrem gut sogar Ja verstehe ich dann Normalerweise waren die Die waren ja sau schnell also auf Nürburgring haben die uns ja auch richtig einen Arsch versuch Naja vielleicht haben sie ja einfach Ist das nicht deren Strecke Das kann auch sein Also glaube ich das ist glaube ich auch nicht meine Strecke Ich mag die also rein technisch ist die geil aber ich mag die Strecke nicht Also ich muss sagen ich mag ihn sogar tatsächlich Also ich auch Ich mag sie auch bin aber auch nicht der schnellste da drauf Ja Ja Ich glaube du bist hier im Channel jeder zweitschnellste also Kokaminchen ich grüße dich Kokaminchen Mutter Name Ossi danke dass du Donjon auch einen zugesteckt hast Vielen vielen lieben Dank Aber manchmal gibt es halt auf der Strecke hat man diese Situation wo du einfach so richtig so Frust kriegst Wenn es gar nicht läuft Ja Ja Es ist Frustpotenzial auf Summular Ja 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 Doppel Sieg kann schwierig werden Also wenn ich jetzt mal An mich denke ich fahre halt anderthalb Sekunde langsamer Oder sagen wir mal fast eine Sekunde langsamer als der dritte Oh Also Es kommt Es ist Also ich sag es mal so Es sind ja jetzt der Dopplistence Und was fahren die Wir drei fahren zu zweit Es kommt halt einfach jetzt der Bob an Was sich da auch in der nächsten Dopplistence Wie sich das einfach entwickelt Gucken wir halt einfach mal Was ist gerade angenehmer Einen so nah vor sich haben Oder so nah hinter sich Weiß ich nicht Wie seht ihr das? Ich bin entspannt Weil Ich kenne den Winz Das ist halt mein Teamkollege Und Der sieht das auch ganz locker Glaub mal Also ich fahre gerne Einen hinterher Also ich kann da halt Viel mehr pushen Und viel schneller fahren Als Vorne weg Weil vorne weg ist halt immer Dieses Ding du Wenn du hinter einem fährst Du hast halt diesen Ganz leichten Flow aufbauen Aber es ist dann halt immer schwieriger Wenn du halt vorne weg fahren musst Ich hab's genau umgekehrt Du fährst vorne weg? Ich würde gerne vorne weg fahren Ja Ich mag beides mehr Dann seh ich mehr Also wenn einer genau vor mir ist Dann seh ich halt meistens oft Die Kurven nicht richtig Oder sowas Und dann ja Ich mag sehr gerne Menschen In den Kofferraum Die Wurst klauen Müsste absegeln und kotzen Und dann Vorne weg fahren Vergiss die Katzenbilder nicht Ganz wichtig Hinter dem herfahren Und die Katzenbilder senden Ne das mach ich nur Wenn wir überrunden Katzenbilder senden Kurz vor Tonleser anmachen Und dann senden Auf Imola ist es Habt aber finde ich In manchen Stellen Schon schwierig Hinterher zu fahren Muss ich sagen Weil Vor allem wenn es so dunkel ist Tue ich mich da sehr schwer Den Den Richtigen Punkt zu finden Wo ich einlenken muss Weil den verpasst Ich dann oft Sag mal Ist der Götz Damals auch schon Anleihen gefallen? Ja ne? Ja 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 Aber wie gesagt Der Bentley Ist hier auf der Strecke Auch live Oder fährt der jetzt Ach ne Das ist AMG Fahrer Was? P3 ist Bentley Achso Der Götz ist Lexus Ja Ach das ist der Der alleine fährt Genau Ja ja Der ist Nürnbergring Auch alleine gefahren Ja Sogar ziemlich weit vorne Glaube ich Äh Der war Der war Der war sogar bei den Top 3 Glaube ich Ja das könnte ich überhaupt nicht ne So 8 Stunden am Stück Ne Überhaupt nicht Ne Ich weiß nicht ob da vielleicht jemand bei ihm zu Hause noch mit ins Rick geht oder so Kann sein Aber ich habe er nicht mitbekommen Das weiß ich nicht Ne ich auch nicht Vielleicht macht er das mit seinen Kumpels oder so Ich glaube er ist aber so erzählt im Stream auch so angesprochen worden dass der alleine fährt Kann man aber ich kann ja nochmal nachfragen im nächsten Gut aufkommt Ja Es gab ja schon hier einen der ist ja auch die 24 Stunden alleine gefahren Hier der Paul Schalm da das war schon aus Silverstone heftig Der ist aber nicht Er ist aber nicht durchgefahren Äh Ich habe nicht gehört dass er es nicht gemacht hat Jemals I'm not sure Muss ich nochmal nachschauen Also ich sag mal Ich glaube 24 Stunden durchfahren ist ganz schön gesundheitsschädigend Ja definitiv Also ich weiß nicht ob man da sagt Hut ab oder irgendwie was Ich würde beides machen Ich würde sagen das ist krass dass man auch selbst über 12 oder eine längere Distanz halt fahren kann Das ist schon finde ich eine starke Sache finde ich echt krass Aber ich sag halt im Hinterkopf habe ich halt immer so ja Es ist finde ich auch schädlich für die Gesundheit wo ich sag hey Ja das soll man halt auch nicht vernachlässigen für sowas Also in den meisten Sachen ist das übrigens verboten Also da muss man ich glaube 24 fast zu dritt sein Mindestens ja 24 Stunden im Rig sitzen und fahren ist halt also da kann es nicht danach voll verbunden gehen Nordschleife geht ab und zu noch da kannst du noch einen Stein auf der drinnen höher drauf liegen Da kannst du schnell in die Toilette gehen Nein Ja da Hallo Ach Gott Wir haben jetzt gleich die erste Überrundung Ja Schon Okay Heißt du mit der 15 Sekunden Startung Sag mal hat das Team Redline was mit Redline in iRacing zu tun? Nee oder? Nee Nein Okay danke Hat jemand gefragt ich wusste es nicht Die Leser sind an Die Leser sind an Ich hab vorhin danach gesucht und wollte kurz mal auf dem Trainingsverwerb rauf aber irgendwie hab ich keinen gefunden Weißt du das zufällig? Oh Oh Vincent wird aufgehalten Ja 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 gollisch Dieses Lächeln beim ärgerlich war äh Nein Ärgerlich Du Pädder Mensch das ist jetzt aber schade So ein richtiger Antipack Ich hoffe dass Ritz keinen Schaden jetzt hat Nee der wurde doch nicht getroffen Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich weiß nur dass es halt Zeit gekauft wird Wahrscheinlich simuliere ZwinkerSmiley und ZungerausSmiley die sind verboten bei mir Warum sieht man mich hier seinen Reifengruf nicht? Weil äh Leider Gottes Asetto Corsa Kompetitionen nicht in der Lage ist Das vernünftig zu gestalten Für Teamrennen Das haben sie irgendwie nie hinbekommen Dass die Teammates A Sehen können Was die Telemetrie angeht Für den Fahrer Als auch Dass die Teammitglieder Boxenstopfen So einstellen können Wie sieht der Sprit aus? Ja Weiss nicht Meistens für Gelb nicht ne? Äh War vorhin auch schon Stimo Ich hab ne 8 Runden Äh War vorhin auch schon Stimo Aber Leider Gottes Äh Kann ich da nicht drauf connecten Also irgendwie Weiß ich nicht Für die Genauheit Du auf ne Stunde rauffahren denk ich Was Sieht sehr komisch aus Ja ich würde mal sagen Ja Ja willst du mit Web 1 durchballern Oder willst du jetzt auf Web 2 schalten Weil wenn dann musst du es jetzt machen Nö Nö Ich fahre jetzt mit Web 1 durch 3,3 Liter ist okay oder? Ja Ja Sollte eigentlich passen Sollte eigentlich passen Äh Rideohan rein Maga Äh Weil ihr das vorhin gefragt habt Das Rennen wird es bei YouTube geben Ja Wieder in voller Länge Also sowohl als Bot Als auch Äh Als Video Auf Kaufkanal Äh Kinghammeruders Map Musst du ändern Äh Weil Map 1 Auf Dauer Im Mercedes Für die drei Jungs Zu viel Spritverbrauch Und somit du Keine Stunde Stint schaffst Also es gibt einige Autos Die haben Der Spritverbrauch Ist da zu hoch Um Den ganzen Stint zu fahren Deswegen Beim Mercedes Als auch beim Ferrari Muss man ab und an mal Das Map Ein bisschen Umstellen Damit der Sprit reich Für einen vollen Stint Der Tank ist übrigens Voll am Start Nö Voll machen Und gut Bei den dreien reicht das nicht Bei mir reicht das Ich weiß auch immer nicht Warum die Unterschiede so groß sind Wahrscheinlich fahre ich noch zu langsam Basti Einfach Dreh es halt Denk ich einfach Ne Du fährst vielleicht In den Kurven Auch irgendwie Schaltest vielleicht mal Früher hoch Oder später runter Oder so Ja Basti macht da schon Viel aus Also aktuell Die letzten zwei Runden War es so schneller Ja Aber nur ein bisschen Ja Nur ein bisschen Ein bisschen Ja Dissi macht die Greta stolz Im Gegensatz zu den Drecksschleudern Da im Team B satisf Ja Bede Ja Bede Ja, danke, Musterknabe. Wollen wir aber nicht, weil wir haben ja noch Team 2. Ah, vor uns fährt IC. Ballert einfach 43er-Zeit mit Maus und Tastatur. Das ist so krank, ne? Richtig übel, ey. Jo. Das ist richtig schnell. Das ist aber auch Muscle Memory auf einem ganz anderen Level. IC fährt mit Maus und Tastatur, ja. Und schalten, glaube ich, wenn ich das richtig... Mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Weiß ich, habe ich letztens auch mal vorbeigeguckt, also... Ist schon eine beachtliche Leistung. Ja. Ey, Vincent hat, glaube ich, Probleme, oder? Das droggelt, ja. Jetzt winkt er zum Schalten. Ne, er bewegt seinen Kopf oben runter zum Schalten. Echt? Ja, ja. Das hat er aber noch nicht lange, das System. Ähm, er hat vorher, ist vorher immer Automatik gefahren. Müsst ihr mal vorbeigucken. Vielleicht hat jemand mal einen Link von IC, dann könnt ihr ja mal vorbeischauen. Der ist schon sehr, 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 sehr schnell. Also wirklich beachtliche Leistung. Und das ist auch sehr starker Wille. Ja. Ist automatisch erlaubt, ja, warum nicht? Einmal alle den Link durch, könnt ihr mal vorbeigucken, schöne Grüße bestellen. Genau. Von Dizzy und Michel. Michel. Senden Katzenbilder. Ah, man sieht viele Zuschauer sind rübergegangen. Hahaha. Da wurde Chat gelesen. Ach Flo, weißt du, was wir gestern vergessen haben? Zu raiden fällt mir grad mal so ein. Oh Mann. Bin ich im Recall? Kommen wir mal. Ähm, also, ne. Sankser Lager 5 von 10. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und wie schnell mal drauf würde ich mich jetzt auch nochmal reinballern, glaube ich. Alter, absolut geil, oder? Ja, würde ich jetzt auch richtig fühlen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Auch so Sable Rider würde ich auch nochmal, Captain Future. Dater. 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 so gut mann das war noch trickfilme früher das war ein fucking trickfilme dann doch lieber alleine zum team im ball what the fuck bei uns ist wenigstens immer gute stimmung wir schwitzen nur unterbewusst rein mein freund also wissen was das schlimme ist wenn vincent und ich jetzt mit dieser pace im sim grid fahren würden der letzte ja gut ist aber auch noch was anderes wann bist du jetzt gefahren bist du der pace dann bist du zuletzt gefahren soll schon mit einer schnelleren pace naja im rennen war auf emola ja wann fünf zimmer vier aus fünf monaten ja hat sich ja mittlerweile auch noch mal einiges geändert mehr an der bop näher aber nicht auf emola war nichts echt zähle reiters gerade auf amazon prime kostenlos cool und das schöne an der ganzen sache ist ich habe meine amazon konto mit meinem twitch konto verbunden naja der rest ist history nach also wirklich nach ganz vielen jahren also ich mache das gerne in einem anderen channel also da mache ich das gerne aber ich persönlich in meinem eigentlich kann das nicht mehr sagen wenn man das so untereinander so wie wir das immer machen hier da ist das da finde ich das noch ist das cool ja da wollte mich gerade töten das auto ich habe jetzt nach der noch zwei runden ne lupon habe ich nicht angefangen da fährst du halt auf eine stunde mit boxenstopp denke ich mal eine stunde angekommen hast du deine drucker hat ja langsam einstellen und nehmen einfach die die ich jetzt habe das bestellte ich schon mädchen wie das minus ein klick durch die durchgeben dass wir die jetzt so passen ja mach so jetzt haben wir da ist wirklich bei amazon drinnen da müssen wir auf jeden fall ein ballern oder das ist richtig fühlen und schön captain future hoffentlich haben die das nicht in 4 zu 3 das ist scheiße ja wieso habe ich hier keine reiben und was das für ein bums ich gebe sie dir durch teamchef elbingo sag wenn du bereit bist dann gebe ich sie dir durch was 4 zu 3 dann bin ich da raus das kann ich nicht machen leute dann behalte ich das lieber in erinnerung so wie früher ok guck mal also 27 2 26 5 27 0 26 7 sind deine aktuellen drücke ja gut weiß ich mir schon knallen sie mal bitte die 1 runter ja ob bitte nur ein klick was sie ein klopf klopf jemand da hast du drücke eingestellt jetzt ja waren automatisch ok hat hat sie 10 ist mittlerweile intelligent ah ja ok ok warum das mit es wird sehr eng hey michael ich hab dir das jetzt extra abgespielt du penner toll schön michael was hast du mir abgespielt jetzt michael nur für dich jetzt aber weil ich dich nicht michael wenn du die runde wenn du jetzt map 2 fährst dann kannst du noch eine lass ich dich noch eine fallen sonst fährst du das hast im lab das ist zu knapp ich kann danach nicht noch eine fahren das ist die letzte runde du Heinz ja gut dann was bist du für ein engineer junge ja bruder du bist du verpixelt ich kann es leider nicht erkennen wie viel sprit du auf der start ziel hattest du bist verpixelt ich sehe es verpixelt weil es aber gar nicht sieht wollen das hier auch du hast ja wenigstens eingestellt jetzt glaube schon 24 1 aha ja den rest musst du leider selber hören tut mir leid das ist hier zu früh alter was willst du von mir ist immer dasselbe mit dir ja mit dir auch so wenn die runde gefahren was ja der wind ist noch eine runde gefahren jetzt ist okay ja okay es hat mega zeit gekostet nicht mal einparken kann auch mensch ich hab mal was probiert aber das ging nicht was bist du denn für ein ingenieur du musst deinen fahrer aufbauen michel top stint super gefahren einparken war nicht so glorreich aber was nächstes mal besser wo die kommen gibt alles jetzt noch mal wenn es übrigens auch mal eins also der hatte irgendwie wahrscheinlich bis ein bisschen gekostet erwünscht hatten halt ich hätte nicht noch eine runde fahren können also ich kann jetzt 73 hunden fahren also wenn es definitiv nach dem boxen stop an uns vorbei ja außer du machst jetzt also du fährst jetzt einfach mal eine mega outlap hier achtung oh lol 123456 da haben wir es da haben wir es ja toll jetzt hält er mich auf hier positionsverhaltung quatsch ist das also ohne berührung aber da hat er nicht rausgeschoben ich weiß was ich berühre aber es war so aussersetzlich rausgeschoben schiebung magnetische kraft mich als magneten im bordeaux schön schön eingesendet okay auto will jetzt nicht mehr um die kurve ach keine luftdrücke alles klar voller sprit auf einmal scheiße wo kommt das jetzt ne hab ich nicht stimo das wird es gewesen sein also wenn es wird es wird damit genau die richtige entscheidung getroffen ja der ist jetzt vor uns weil das hat länger als drei sekunden gedauert die ganze sache jetzt ja ich check mal kurz wo er ist er hat boxen ausfahrt ja der ist vor uns was der ist schon raus boxen ausfahrt erste boxen ausfahrt ja das war auch dein scheiß ansage mit jetzt grenzen einfach 100 meter zu früh wir haben nur sechs stunden er ist aber auch lange hochgelüftet worden also das auch ja das mag ja sein aber ja das kostet ja egal ist gut jetzt sind noch acht stunden zeit und außerdem fährt j hier nach also langsamere pace auf exzentren also schön geschmeidig bleiben all good in the neighborhood was jetzt den p21 freut ihr dann hast du erst mal ein bisschen freie fahrt die bentley beide konnten halt noch mal zwei runden draußen bleiben da ja das hat keine ahnung acht sekunden gekostet hau ja das verblüften dauert zu lang stimmo dankeschön plus wir hatten eine langsamere outlap auch noch ja die war scheiße genau die zweite runde war jetzt auch nicht viel besser ja egal ist egal ganz ehrlich für den moment ja am ende können wir das nochmal auswerten jetzt gerade ist es bumpe ja fehler sind passiert können wir jetzt gerade nicht ändern einfach fahren jetzt schön die sonne auf ließen wir das panorama ich fahr nicht parallel j fährt parallel mit zentren ich weiß es nicht ich glaube du also explizit du solltest dazu nichts sagen. Du solltest dazu nichts sagen. Alter, du kriegst mal den anderen immer in den scheiß Kofferraum rein und regst dich ab, warum die keinen Platz machen. Also gerade du solltest dazu nichts sagen. Ja, deswegen habe ich gerade so inne gehalten und so überlegt, so ist das jetzt... Nee, sehr gute Entscheidung. Lüblich. Lüblich, lüblich. Ja, das war... Hat recht, danke für die Follower. Hälst dich bekommen. Boah, der Bentleer hat auch acht Sekunden gut gemacht auf uns. Genauso wie der... Keine Ahnung, was die gemacht haben, warum das vor uns so lange gedauert hat. Es ist jetzt egal, das klären wir ein andermal. Mein Teil ist Witzensschuld und im Teil meine Schuld. Punkt. Ja, ihr fahrt gleiche Zeiten. Ihr fahrt gleiche Zeiten. Das bringt mein nächstes. Du musst schneller fahren. Ja, aber du fährst mit Mep 2 genauso schnell wie er mit Mep 1. Das ist gut. Du musst aufpassen, dass du da nichts mehr rauskommst. Ach was. Äh, Freunde der Sonne, jetzt würde ich da sagen, reiten wir einmal die Schnauze und komm mal wieder runter hier. Dieses Angefotze wird auf. Ah, nee. Was ist das? Bitte. Es ist jetzt passiert, die Vergangenheit können wir nicht ändern, nur die Gegenwart. Glückskick ist offen. Also, konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Also, in Zukunft. Ja. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Also, in Zukunft. Hm. Was ist eine halbe Sekunde aufgeholt? Er steckt aber auch im Verkehr vorne mit dem, äh, Ferrari. Ja. Und davor kommt nochmal zwei. Also, mal gucken. Äh, Alfa da ja, wir fahren, äh, zwei Stunden. Also, eine Stunde durch, ja. Du kannst das natürlich taktisch auch anders legen. Also, da ist hier keine, äh, ist hier nichts vorgeschrieben, aber grundsätzlich fährt es, äh, eine Stunde. Ne, ich fahr nicht als zweites, äh, Xenthrin möchte gerne als zweites fahren, weil die Bude dann eben nicht so heiß ist. Deswegen fahr ich abends. Also, später. Weil die Leute haben ja auch alle mit Temperaturen hier zu kämpfen, in ihrer Wohnung. Oha. Äh. Das war großzügig Platz machen. Danke, Egon. Hey, Egon. Hm. Äh, genau, Vidali. Also, äh, die Übergabe ist wie folgt, dass, ähm, Michel, der jetzt aktuell drinnen sitzt, seine Boxenstrategie einstellt. Und, äh, äh, sag schnell. Also, er wählt dann den Fahrer aus, also dementsprechend an Xenthrin, fährt in die Box rein. Der, äh, Boxenstopp wird, äh, gemacht. Jo. Moin, Driver. Kommst du vorbei, kommst du wieder zurück und hast erstmal 30.000 Follower. Yeah, man. Wir haben ja jetzt schon 370 Zuschauer, richtig nice. Also, auf meinem Kanal halt, richtig nice. Ja, aber ich hab bei mir, äh, äh, Follower-Modus drin, Leute, weil ich letztens, äh, Bots drinne hatte, in einem 24-Stunden-Rennen. Und deswegen haben wir so pro forma, äh, Follower-Modus drinne. Sorry an alle, die neu sind und schreiben wollen. Das ist nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich die scheiß Bots irgendwie aus meinem Chat raus haben will. Aber ich glaub, der steht auch nur auf 10 Minuten. Also, sorry an der Stelle. Na, ich weiß, die Sounds klingen ein bisschen anders. It is what it is. Ich frag mich nur, wenn Michael ohne Twitch macht, warum sollte er ohne Twitch machen? Ist doch bescheuert. Beide Plattformen gleichzeitig zu streamen, kann er mehr Leute erreichen. Ist doch gut. Also rein wirtschaftlich gesehen, auch beiden zu streamen, ist sehr clever. Na ja, nicht gebunden ist an irgendeine Plattform. Also, Michael macht das schon sehr klug. Ich weiß gar nicht, wo er die Idee her hatte. Von dir nicht? Ha, du Pisser. Du blöde Pisser. Ach, Michael. Falls du mich irgendwann mal im schweizerischen Hochland besuchen kommst, gibt's die Schneeball ins Gesicht. Aber bitte reingucken, dass wir wirklich ein Stein drin sind. Oh, nee, sowas will ich nicht machen. Hallo? Ich muss doch deine Augen aufmachen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, gut. Dizemo, Dizema. Porta, Dankeschön für 21 Monate. Bartley, Dankeschön für Flex. Moinsen, Mange. Sergeant-Ossi-Pleis giftet A-Tier-1-Sup-to-Skyline-FW. Positiv danke, dass du Skyline zugesteckt hast. Vielen Dank, Leute. Dankeschön. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Reichweite Figuind. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg, tschüss, aus, peace, schubi, du. Dizemo, Dizema. So, ich geh jetzt auch noch mal mein Frühstück weg, kriegen Leute. Ich bin gleich wieder da. Ich lasse mich mal mit den Jungs alleine hier. Rap der Dankeschön für 62 und bis gleich. Ich bin gleich wieder da. Passet diese Strecke irgendwie. Ihm ist kalt, sagt er. Ich habe gerade Schrat in der Bude. Ich habe ein Kellerzimmer und die Heizung ist nicht an, weißt du, warum es ist. Also, ja. Ich gehe so ein. Ich fülle ein bisschen. 29,8 habe ich jetzt. Mir wäre lieber warm als kalt, ehrlich. Nee, nee, nee. Weiter. Du würdest du jetzt anlocken. Deine Rundenzeiten. Achso. Quack. Steffen, deine Drücke hast du alles schon? Ja, ja. Okay. Brauchst du dir dann noch einen Discord? Mach ich gleich, ja. Alright. Da sind sie auch schon. Ja, auf jeden Fall, Käfer. Fast weggeschmissen im Bock. Ja, es ist recht kühl, smashy. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Weisst du, mach es schon. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich komme jetzt an. Vi solltet ihr alles. Ja, das stimmt. Das ist echt. Ja, das stimmt. Ah, teure Runde. Oder auch nicht. Ich hab nicht mal ne Klima. Ich hab nicht mal nehmt. 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 Jetzt ist er hart stuck im Traffic. Jaja, ich seh schon. Zwei Sekunden hat er verloren die Runde. Aber schmiss der ja auch noch durch. Ah, Cent. Das sind andere Seiten da vorne. Jaja. Ich hab nicht mal nehmt. Ich hab nicht mal nehmt. Ich hab drei Kilimits gesammelt hier. D16. Äh. Ne. Das war Kollision. Oh. Was war Kollision? Die GT von D16. In keinem? Ich hab nicht mal nehmt. Es ist eine Nachricht. Oh. 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 Achtung Blitz, los, vor Toren Für was habe ich jetzt bitte eine Verwarnung bekommen? Das ist doch ein Witz Oha, was war da los? Bin wieder da? Kann man jemand gucken, warum ich eine Verwarnung bekommen habe? Trackcut Da bin ich ja genau richtig wiedergekommen Du hast die links auf die kurze Gerade da Ja, sehr geschnitten Du hast komplett gecutt, du fährst aus über der weißen Linie drüber Okay Also ist es legitim, aber trotzdem habe ich keine Zeit gewonnen, das ist total dumm Ja, das ist Zeit, auf Track ist halt, ja Ja, das ist Zeit, auf Track ist halt, ja Ja, das ist, was es ist Zu mir leid mir hier, ich wollte dich nicht alleine lassen Ich weiß, dass du deswegen eine Strafe kriegst, das ist zu mir leid Ich habe keine Strafe bekommen Okay Auf Track Ja, in der Verwarnung ist das Ja, ist ja wie eine Strafe für dich Für Spaß, Don John, bei Le Mans Die war geil Blümig, Moinsen Danke für die Info, Victory Übrigens Drehzahl, die da Moinsen Also ich mache jetzt hier mal eine ganz schleche Prophezeiung Ich werde das Auto auf jeden Fall mit drei Dingern übernehmen Ah, genau Mmmmm Das schmeckt Ja Das ist jetzt tasty Marcel Das ist der Bentley Wilde Manöver in der Schikane war So nix passiert Ja, Zeit aber, ne Ja Bring das Auto bitte heil zurück, gell Und sauber Wie redest du mit deiner Mutter? Mit meiner Schwester Oh, mit meiner Mom würde ich es genauso sagen Finzeln Ist das mein Baby? Ist das mein Auto? Hallo? Gibt mein Auto vollkommen über alles? Ja, ich würde mir mal Gedanken machen Ist das mein Auto, Marc? Ne Nee Das ist mein Auto Vincent fährt Mercedes Mit oder ohne Stützräder? Also nachts auf der Autobahn ohne Stützräder Aber ich glaube, kanns du damit Ich war auch schon mal mit 200 auf der Autobahn damit, ja Nachts um vier Könnte der denn jetzt vor mir bitte mal Platz machen? Ich fahre halt mal ran Mach dir da nix und nicht so ne Hektik wegen dem Der nervtisch aber Ja, ich weiß Aber mach dir da jetzt keinen Stress Fahr ruhig, fahr in Ruhe ran Schieß ein paar Photon Und dann macht der Platz Ich weiß nicht, was Finzeln für ein Auto fährt Ist auch egal, Leute Im Internet muss man nicht mit seinem Auto rummalen Wir wissen alle, wie das ausgeht Oft Finzeln fährt ein Auto, fertig Genau Ich hab ein Trabi Das stimmt, davon habe ich schon Fotos gesehen Sah aus wie ein Pappkatton Pff Ja Höchst Platz Ja Bist gut durch War in Ordnung, war in Ordnung Es ist wieder ein bisschen wärmer im Zimmer Zentran schwitzt Ich friere Ich friere Ja Du musst, mach deine Kralle von meinem T-Shirt an Soll ich meine Hand da jetzt liegen lassen? Wirst du mit deinen Klöten auf meinem Arm liegen? Nein Was denn? Was denn? Ja Moinsen, Maria Ja Schöne Dankeschön, Onkel.exe fürs Verlängern Du hast schon wieder deine Krallen so verdächtig nah an meinem Nippel drin Ja Ne Hm Ja Ja Willst du dich heiß fahren? Willst du dich heiß fahren? Ich bin immer heiß Ah Ne Ich fahr gleich nochmal zu dir wünschen Alles klar, cool, passt Wenn sie macht Winsel macht halt wirklich Team Manager hier Äh, die zählt aufs gesamte Auto, Falco Und viele Runden zeigte dir aktuell noch an, Michel Genug Neunzehn Neunzehn Wirst du einfach mal 35 durch die durchschnittliche Rundenzeit die wir fahren Dann weißt du wie viele Runden wir fahren müssen Dann können wir einen Sprit ausrechnen Wir kommen so 32 Minuten noch Tut's auf, Ka? Jo Ja Es passt zu weit ganz gut Tirotorn, Gordon Pirotorn, Mountain Jey muss ja bald ins Auto dann auch rein, ne, und Max auch, die ersten Rennen von den beiden, freu ich mich für die, für die beiden. Und die sind auch da richtig schnell, also, holy shit. Gutes Training, ja. Ich hab echt gesagt, keine Ahnung, woher die diese Zeiten geholt haben. Wie aus dem Nichts, einfach, ja, wir fahren duty pace, und ich so, was? Also, echt krass, also, echt krass. Äh, das ist Jey und Max das erste Rennen, ja. Also, das 24-Stunden-Rennen, klammere ich mal aus. Das zählt ja jetzt nicht wirklich, weil das war ja nur kein richtiges Rennen per se. Seh, würde ich sagen. Seh, seh. Wieso ist eigentlich Sascha nicht dabei? Weil Sascha im Urlaub war und keine Zeit hatte zum Trainieren und unser Team für den Cup sowieso schon voll ist. Ja, ich glaub so. Ja. Für den Cup haben wir uns halt, äh, angemeldet, bevor, äh, bevor es eigentlich dazu kam, dass Sascha gefahren ist. Wenn man dich in der Öffentlichkeit erkennt und man kurz Hallo sagen möchte. Ähm, also, Fisperm, danke für den Konternhaus oder einen Tag noch, äh, gehen wäre das okay für dich? Oder denkst du, ne, Alter, das war doch, das ist für mich okay. Das ist für mich vollkommen okay. Das stört mich nicht, solange es nicht aufdringlich ist. Hey, du bist hier! Ich bin Fan von dir und liebe dich! Also, das ist mir lieber als, äh, gar nichts zu sagen. Also, ich hab schon viele Menschen gehabt, die nichts gesagt haben. Die sind dann zum Beispiel in Berlin, in Ikea, irgendwie eine halbe Stunde in der mir hergerannt. Äh, das finde ich nicht so geil. Oder Menschen, die mir in der Straßenbahn bis nach Hause gefolgt sind und so ne Scheiße hab ich auch alles schon gehabt. Also, Jesus Christ. Mir ist dann lieber, wenn Leute sagen, ey Moin, schön dich zu sehen und, äh, das war's. Aber wenn sie gut aussieht, bis sie... Wenn was, bitte? Aber wenn sie gut aussieht... Alter. Du kannst doch nicht so ne Überleitung machen. In meinem Alter, da braucht man nicht so diese Fickificki-Sachen. Ah, ne, da seh ich mich nicht. Also, darf ich Dizzy nicht umarmen, ihm zufällig nach Hause folgen? Umarmen fällt schon mal sowieso komplett flach. Also, dafür sollten wir eine andere innige Beziehung haben für die Nummer. Und schon gar nicht in Corona-Zeiten. Wie er da? Wie er da? Ha! Ha! Waren gibt's ab 100 Monat, ist ab. Das stimmt nicht? So, ist faul von ein paar Runden. Jo. Was hältst du von Klaps auf den Po als Begrüßung? Ja, wenn du die flache Hand in dein Gesicht abkannst, kannst du es gerne probieren. Bei diesem müsste ich sagen, du klapsst auf die Flosse. Wie viel Grad haben wir gerade? 16, 16. Ich glaube, du wirst sogar mit 16 übernehmen. Nein, mit 17. Ich trainiere mit 17. Ich fahre mit 17, naja. Laut Winz fahre ich ja bis 18, 19 Grad. Aber das sehe ich irgendwie noch nicht so. Hä? Nein, nein, er hat bei mir schon 17 hingeschrieben. Ich wollte gerade sagen, Michael, Alter. Hast du das schon ein bisschen verguckt, Kollege? Hab das Akkurat auf den Grad hingeschrieben, ja. Kürbis-Suppe ist lecker. Natürlich. Ekelhaft, dass wir fast gleich schnell sind. Ich wollte gerade sagen, wir fahren halt einfach identisch dieselbe Pace gerade. Aber auch wirklich identisch. Wie so zwei Zwillinge gefühlt. Guten Abend, Torsten. Es ist 15.40 Uhr. What the fuck? Sag mal. Jo, anderer Bio-Rhythmus. Aber wir sind von eins gestartet. Dann hat der Ingenieur unseren Boxestrip verkackt. Ja, ich war's. Es tut mir leid. Warum liegt das Auto bei euch so gut auf dem Asphalt und bei mir rutscht das alles rum? Weil das A, ein sehr erfahrender Fahrer ist, der da gerade drinnen sitzt. Und B, das Setup wahrscheinlich sehr gut ist. Den ich wahrscheinlich, das hätte er bisher. Und zack, und zack, und zack rutscht der Ausdruck. Ja, Mann, ich wollte dich einmal holen. Einmal! Loben für den Boxenstopp? Naja. Uli! Wenn dir dein Renningenieur schon 500 Kilometer vorher sagt, dass du bremsen sollst, dann bist du halt sowieso schon nicht mehr so bei der Sache, also am Ende ist es eine Verkettung von unangenehmen Ereignisse. Sagten wir nicht, wie wert tut das später aus? Ich hab doch jetzt gar nichts Schlimmes gesagt. Also ich hab jetzt gerade nichts Schlimmes gesagt. Ich hab weder dich noch mich gedisst, weil das auch eigentlich scheißegal ist. Ich bin ja heute schuld. Am Anfang waren es 26 Autos, ja vielleicht ist jemand rausgeflogen. Es sind vermutlich, ja einer ist da. Ja. Wir sind glaube ich sogar mit 27 gestartet. Nein. 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 Nein, nein. 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 Soll meine Mitarbeiter. Letzte Runde war es aber toll. Dankeschön Uli. Was, sagst du? Exa ist gut. Gleich mal jetzt mit der halbwegs aus. Immer wieder zwei Zehntel schneller. Oh, sehr geil Thorne. Glückwunsch. Sehr geil, das freut mich wirklich. Ne, der AMG ist sehr stark auf der Strecke. Aber das hat nichts damit zu tun, denn das ist hier ein Carp. Und man musste vorher haben wir schon unser Auto gewählt. Also wir können jetzt nicht einfach unser Auto wechseln, wie uns gerade ist. Also wir hatten den Mercedes schon auf den Nürburgring. Mir hat heute Morgen jemand ein Gift geschickt mit der Szene, in der du Moinsenbagger sagst als Text runter. Als ich die Person gefragt habe, ob sie weiß, wer du bist, wusste sie das nicht. Fand ich mega geil. Ich habe erst mal meine Capi-Fotografie zurückgeschickt. Ja, witzig. Moinsenbagger macht die Runde. Schön. Vielleicht steht dann Maga, stehst du bei Maga Google, du gebe es wirklich dann mal als erstes oben. Stehe ich ja auch. Stehe ich ja auch, nur bei Weeps nicht. Wie der Cutter. Der Cutter ist halt so weep, da steht halt was anderes. Tja. Ambo. Ich liebe deinen Cutter, ich liebe meinen Cutter auch, nur leider hat er gerade nicht so viel Zeit. Ich habe leider nicht genug Knete, um den voll anzustellen, weil sonst würde ich ihn auch seinen Job rausholen und voll anstellen. Aber so wie Knete habe ich leider nicht. What the fuck? Was zum Fick? Was ist das? Sag mal, bist du nicht ganz dicht, Vincent? Warum machst du denn jetzt hier gerade deinen scheiß fucking Staubsauger an? Oh man. Sag mal, was ist denn mit Vincent los? Die Scheiße kannst du dir halt einfach nicht ausdenken. Jetzt hätte halt nur noch dieses eine Geräusch gefehlt. Jetzt hätte halt nur noch dieses eine Geräusch gefehlt. Mama hat bestimmt gesagt, jetzt soll er so ein Zimmer saugen. Oh, da hat... Ne, das war kein Staubsauger. Da hat jemand eine Playstation 4 eingeschaltet. Hahaha. Hat er gerade in der Chat geschrieben? Hat er gerade in der Chat geschrieben? Der ist einfach so verballert. Also ist lieber Kerl und alles. Der ist aber so verballert, ey. Das weiß ich nicht, Ballonbörner. Er kann wahrscheinlich sehr gut saugen. Oh, deine Chance. Ohohohoho. Hat er denn ausgeschalten? Oh, ist der so weit zurückgefallen, die 187? Oh, der war doch auf dem dritten, oder? Kein Plan? Ne, der war auf dem zweiten vorhin, neben dir direkt. Oh, ist der weit zurückgefallen. Der ist 11 da mittlerweile. Weil mein Pedal stecken jedes Mal an meinem Schuh. Weil der scheiß Schuh gebrochen ist. Hoffentlich kommen die Schuhe ganz schnell, Mann. Das ist übelst unangenehm zu fahren. Mach dir einfach Dings unten drunter. Gaffa oder sowas. Für den Moment. Hat Flo schon gesagt. Ja, bist du neue Schuhe? Geht das doch? Ja, aber mit dem Abziehen von dem Gaffa beschädige ich ja die Schuhe. Hä, bist du voll? Hast du eh neue gekauft. Ja, aber die haben ja ein bisschen Wert, weißt du? In ein paar Jahren. Die sind kaputt, du Pfeife. Was haben die denn für Wert? Ja, der Chat will die haben. Aha. Die sind legendär. Glaub mal, frag mal ein Chat. Okay. Okay. Schuhe, danke für 41 Monate. Oh oh. Die Biberschuhe, die sind legendär. Ich habe morgen auch noch ein Rennen, ja. Ich war morgen Daytona, 25 Minuten Sprintrennen. In AC. Was? 25 Minuten? Ja. Okay. Ich bin kurz Sprintrennen morgens. Das sind alle nur wegen den Schuhen, ja? Ja. Die Schuhe haben mehr Fans als du. Ja, ist so. Eigentlich brauche ich über Nacht bloß eine Webcam laufen lassen, da stelle ich die Schuhe hin. Nach dem Rennen, dann hast du Coolstream. Äh, zweimal 25 Minuten ja, aber das zweite Rennen ist ja für die Top Ten und ich glaube nicht, dass ich in die Top Ten komme, deswegen ein 25 Minuten Rennen. Ich bin gerade mal realistisch. Also ich würde mich stark wundern, wenn ich in den Top Ten komme. 25 Minuten Rennen? Ja. Na? Was sagt der Schniedel schon? Staubsauger? Ist der gut? Staubsaug. Okay. Oh! Ja, dann fahre ich zweimal 25. Dann habe ich das falsch verstanden letztens mal, äh, Stimo. Oh, dann habe ich das, oh, dann habe ich das falsch verstanden, als ich den Olli gequatscht hab. Ich hab so viel, die hab die Woche so viel Input gehabt, so durcheinandergekommen wahrscheinlich. Ja, dann fahren wir zweimal 25. 25 Minuten, da muss ich halt echt schmunzeln. 25 Minuten ist halt mittlerweile so wenig. hat mich ein OnlySense Account? Ja, Michel hat ein OnlySense Account, ja. Was? Was ist das? OnlyFes... Bagger, das war jetzt aber nicht dein Ernst, Alter. auf ein grad michel auf der grad auf der grad michel auf der grad und das von dir ich hab halt den splitter von rechts und noch ein stück eingestellt ja wie viel reparaturzeit 20 sekunden davon jetzt ehrlich muss mal gucken keine ahnung zwei sekunden oder so beruhig ehrlich gesagt da kann er dir richtig in den arscher fressen sag mal was ist da vorne los hier moin sind ollie ich grüß dich aber anders ollie bist du gerade noch da ich glaube wir müssen noch mal telefonieren ich habe gestern mein rick umgebaut meine kamera ist ein bisschen anders oder sollten wir noch vorher kurz bei 1,4 sekunden schalten ja gut das ist ja wurscht morgen vorm nacht du bist ein engel machen wir ich muss morgen vorm nacht eh ein bisschen trainieren noch für den deltoner so ein stündchen und schon mal redpool fragen uli ich danke für 22 welche kamera an ac das hat mit ac nichts zu tun es ist das werdet ihr morgen sehen lasst euch überraschen die kamera einstellen als heber witzig heute die ohne lenkrad kann man seine sitzposition nicht ändern habe ich heute festgestellt dass richtig kacke jetzt sieht man aber wenn man so 90 grad lenken sieht man über das lenkrad ins bild kommt wie so doof das wird jetzt glaube ich gleich wild das wird jetzt das wird jetzt auch das ist unser schwester ein auto ja vorne wo wollte denn der hin keine ahnung sind drin seine reifendrücke sind schon da schon alles da ja vorne vielleicht 0,1 weniger dann weniger nach vorne alles klar willst du das mit ihm machen oder du bist renningen ihr müsst ihr die luft drücke ach so ja ja gut centric haben er seine drücke dann sagen das sind die bremsen blut wo es die bremsen klingel mal wie bremsen toll das ist das ist jetzt scheiße guck mal wie romantisch die sonne für uns auf ja guck mal ist jetzt ein blick da links oder ok weißt du auch sie miss you castell vielleicht schöne grüße zurück an pitt stream jay muss gleich rein von der sonne das debüt also michael du musst mir sagen wann du reifendrücke einstellen willst der box wie lange habe ich noch 10 minuten 12 und halb ne wir können nicht aufhören zu bremsen ich finde das schön dass in allen endurans rennen das immer angemerkt wird dass es also es gibt wirklich immer menschen die das pfeifen der bremsen nicht mögen mich stört das gar nicht ich krieg das gar nicht mehr mit ja ok schön reingesendet der essen ist so ekelhaft schnell also ich bin im schnitt eine sekunde langsamer als wer ja dann ist das so ich will es michel ist gut schalt auch extrem wo war dann einfach dein ding ist jetzt blick rechts dann fahr aber auch rüber man er hat doch gesagt dass das auto ihn stört das geräusch jetzt habe ich ausgemacht was da du entscheidend euch mal jetzt rechne mal 10 10 durch 100 1 also 10 mal 60 durch 100 1 5,9 wird am anfang am start zählen die drücke schon mal zu geben ich habe gesagt ich mache das in der box hast du mir zugehört er wird halt ein bisschen knapp dann ach er laber nicht oder auftrag winz als rennen auch die sonne so schön das ist normal leute das ist nicht schlimm bis zum rennen immer so und auf den server stefan ne ich komme jetzt da ran winz bin ich jetzt echt du bist so ne pfeife mach es doch einfach und diskutier dich du musst immer bereit sein das war jetzt ein test es ist einer fahr und laber dich machen staubsauger an sag du hast gestaubt soll du hast dich mitbekommen ich bin drauf ich hab's gespürt dieses team ist einfach ach 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 was soll ich sagen ach ach cio Vor uns ist Schwester im Auto, ja. Jack McNeill, Dankeschön für 5 Monate, willkommen zurück. Sehr schönes Manöver. Hast du es offen? Ja. 26,9 vorne links. Ja. 26,2 vorne rechts. Hinten links 26,7 und 26,3. Du solltest nur vorne runternehmen, oder? Das sind nur vorne oder alle? Ach so, ja 26,8. Nein, 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 6. Was ist denn nur? Stefan, du meinst nur vorne. Ja, du hast doch eben auch meine Drücke durchgegeben, oder? Ja. Mach bitte nur Korrektur, dann hinten links 26,8 und dann ist gut. Was 26,8? Hinten links. Also 26,7 machst du auf 26,8. Und 26,4. Es ist schon drin, das habe ich schon gecheckt. Ich sehe ja nicht mehr zu. Dankeschön. Perfekt. Ach, hier ist nie dicke Luft, Leute. Quatsch. Das ist normal. Das ist halt kurz vor dem Boxenstopp. Okay. Er hat gewöhnt, wenn man halt minus 1 rechnet, dass es halt komplett auf alle Reifen macht so. Nee. Du musst auch einfach zuhören, wenn eine Exzentrum dir was sagt. Ich habe ihm zugehört. Nee, hast du nicht, sonst hättest du dich vergessen. Du hast doch wie jetzt gerade nicht zugehört, was ich versucht habe zu sagen. Nee. Doch. Du hast die falschen Drücke durchgegeben. Ja, richtig. Ja. Hat übrigens, es hat übrigens eine Stunde gedauert, um Vince fünf Sekunden zuzufahren, ne? Weil ich jetzt bloß nur so angemerkt habe. Das gegenseitige rumgeblämmen ist weird. Ach, Mann, das ist normal. Das ist hier jedes Rennen so. Dizzy, halt's Maul! Mann, bitte jetzt! Lass mich doch bitte einfach in Ruhe und fahr deine scheiß Stints zu Ende. Hey, TeamSpeak auf Mute, ne? Check, check. Kannst du mich hier hören? Jo. Okay, supi. Dann bin ich da für dich. Was ist so dumm? Du musst den Fahrer noch auswählen? Ja. 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 Tschüß. Du musst den deadlines machen, sodass wir auch draußen ehren können. Nun, als ob ihr hier das allererstes했어요 landziert habt. rennen guckt ihr wisst doch dass das immer so ist also wenn michael da ist sagen wir es mal so ist nur wenn michael da ist ich bin das erste war hier es liegt auf jeden fall an michael das problem ist mich halt so ein großes ego dass er damit nicht zurechtkommt wenn andere leute mal weiß was anders machen und das kommt zur reibe rein das ist normal feld bin zwei schwestern-team ist vor uns sind direkt vor uns kommt er die runde rein wann gehst du rein jetzt nach der runde ja wahrscheinlich mit null sprit rein kommt jetzt rein ich zähle an für dich michael muss fahrer auswählen warum nicht die 777 bei der anmeldung sind eins zwei dinge komisch gelaufen es nicht auszudrücken da wird es gerade keine mehr gerade jetzt auch rein er ist eine runde nach der rein das so ja doch exzenter ist jetzt eingefahren ich bin reinge als center bis rein gefahren okay ich habe gesagt centret er ist reingefahren naja also schloss reparieren ja ja also wenn es müsste jetzt nächste runde reinkommen ja und ich sehe meinen boxenplatz nicht aber wir wurden gleich hochgehoben nice sehr schön sehr schön ich zähle gleich an schon gefahren mich ist sehr schön hat er zündung an zündung anmachen michael ach ja ach sorry es ist mein erstes mal halb mal sappel jetzt und dödel mal nicht um beim übergeben bitte zehn fünf vier drei zwei eins go sehr schön sehr gut gute frage sind drin wenn was ist und da oder stopp michael ja der wort diesmal gut ja aber habe schon diesmal alleine gemacht ich habe das topgau gesehen ich bin ein bisschen durchgeschwitzt muss ich sagen nein ich meine mit einem kopf das ist gut zwei ja ich habe doch dort bei den überrundungen in der links kurve noch eingekassiert da war ich dann vielleicht nicht da ich war nicht da da war ich nicht da einfach der ingenieur nicht da so warte mal wir gucken mal was mit macht wo ist der winz der müsste jetzt gleich vorne jetzt erfährt jetzt in die box ja ja wo ist jetzt unser auto das ist das ist jetzt ja das ist jetzt gerade ja ja das hat zehn sekunden oder mehr gekostet das ist halt ja f wo ist jetzt unser auto ist das schwestern auto hatte gerade einen bug also das auto hat sich umgedreht das heißt du wirst wahrscheinlich vorfahren du musst jetzt nicht pushen gleich ja jay wird jetzt fahren denke ich aber du kommst auf jeden fall jetzt durch und wirst du jetzt bis jetzt fährt aus der box jetzt raus also ja wir sind durch wir sind durch ja wir haben jetzt sind wir p1 ja ja das sind so vier fünf sechs sieben acht sekunden und zehn sekunden ja mehr gut ok siehste bei den ingenieur 15 ja ey du hast 50 prozent daneben gelegen was willst du von mir sind 15 sekunden junge ja du noch mehr egal ich bin ja okay nur fünf sekunden gesagt ich bin ja okay ich bin ja okay race engineer ja siehste ich bin einfach nur ein dummer fahrer und ein dummer schrauber auf arbeit ja ich dachte du musst immer end so chat ich verabschiede mich mal kurz ähm ich lass den chat hier an ihr hört alles noch und wir hören uns dann also wenn ihr hier bleiben wollt könnt ihr hier bleiben ansonsten auf youtube ist ein link in der videobeschreibung da seht ihr das stream über sich da ist diese stream verlinkt jay stream verlinkt brei stream verlinkt winko stream verlinkt äh und das war's lass die schuhe da ja auf jeden fall ja stell die einfach unten hin äh ehrenachsel du hattest gefragt nach äh was das besondere ist das erste mal ein endurance rennen zu fahren ja äh generell also generell ist so ein rennen von der äh ich sag mal von der psychischen belastung her ziemlich groß weil du nicht nur verantwortung für dich selber hast sondern verantwortung für das ganze team und äh dein hirn dir glaube ich auf dauer also am beginn dir den streichspiel und dich unter sehr viel druck setzt und genau deswegen ist das sehr besonders weil du nicht nur den erwartungsdruck deines teams hast oder den an dich selber äh ne nicht nur den an dich selber sondern auch den von deinem team also da kann dein team so oft sagen wie du will äh ja ist egal ist nicht so schlimm aber du musst ja trotzdem abliefern doch ich fahr abscheuhe mich jetzt erstmal tschüss miche bis später malte malte meinten Mokka, Dankeschön für 10 übrigens. Also Endurance-Rennen sind schon nicht ohne. Ja. Ich denke, es hat die Rennen gehen länger und man kann das auch vielmehr falsch machen. Wieso jetzt nur Dritter, weil wir in der Box waren? Wir waren gerade in der Box. D1, also Badless in der Box. Hey, Cere, moin. Die müssen noch, ja, 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 wir sind, das ist noch nicht Boxenstopp bereinigt. Hier sind die beiden gerade in der Box. Jetzt. Jetzt gleich das Boxenstopp bereinigt. Also. Jetzt ist Boxenstopp bereinigt. Gucken wir mal, wie viel Passiv wir haben. Was bitte? Gucken wir mal, wie viel Absicht wir haben. Gut, glaube ich. Über 10, 15. 17 Sekunden ungefähr. Ne, unser Boxenstopp war nicht viel schneller. Der ist ein Team hat leider einen Bug gehabt in der Box. Das Auto sich gedreht hat. Oh, warte mal. Malte, ich würde mir an deiner Stelle... Was denn? Der hat jetzt nämlich den Bentley am Arsch. Das sind drei Sekunden. Das wird jetzt für die Sinten sehr interessant. Nimm lieber einen T300, weil du am T300 kannst du das Lenkrad wechseln. Also, wenn es für dich möglich ist, finanziell nimm einen T300, weil dann hast du die Möglichkeit, den Quick Release da dran zu nutzen. Das geht beim T150 nicht. Wer ist der Schnellste im Team? Michel. Genau. Der, der davor gefahren ist, ist das Schnellste im Team, ja. Also fährt zumindest die Schnellste Rundzeit. Wobei Zentren nicht so langsam ist, aber er fährt halt keine 1,41er-Zeiten. Also Michel ist fast ne Sekunde schneller noch. Wenn du kannst, lass mal den anderen vorbei, der ist schneller als du. Da hast du weniger Stress im Nacken, wenn du eine Möglichkeit fühlst. Ja, auch gleich. Dahinter steht ein G zum Lächeln. Das wäre jetzt, glaube ich, Ironie von MMMK. Lab 2 ist gewollt, ja. Die Frage ist halt, wie lang wir im F2 fahren müssen, weil jetzt ist der Michel, wie lang, glaube ich, 15 Minuten oder so gefahren. Das hat halt auch nicht viel gereicht, oder? Gerade so gereicht, ja. Ja, ich denke mal, so 20 Minuten wirst du schon im F2 fahren müssen. Ja, erst mal. Aber lass ihn jetzt erst mal seinen Rhythmus finden. Was fährst du für Rundenzeiten voll, Herr Wiko? Was? Was du für Rundenzeiten fährst voll? Äh, 42. Bei 42 Eier? Überleg gerade, also keine Ahnung, es kommt drauf an, wie ich im 42 hoch. Okay. Ja, ich auch. So ungefähr. 42 hoch, 43 tief. Wenn ich die Schnauze halt nicht mit Chat rede. Same. 42 staubsauger. Ja. A new meme is on. Mit 42 staubsaugern nachts über die Autobahn. Da werden wir noch den richtigen Satz daraus zusammendichten, denke ich. Das wird ein Buch. The great stories of Vincent Gottwald. Du siehst halt nichts auf dem Boden, ne? Die ganze Strecke glänzt, wo die Sonde drauf scheint. Das soll er ja. Hä? Cool Tipp vor cool Kids. Sonnenbrille. Die bringt mir auch nix. Wenn's in-game ist. Ich glaub, der hat sich halt die Bremspunkte bezüglich des Straßenbelags geholt. Also, ich denke mal, das ist das Problem. 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 wo haben wir im schatten los neben mir war der schatten wir helfen bei dem aktuell p3 davon ja 143 8 war letzte runde also so gut ist gutes tempo jay fährt schon sehr stark für die geringe zeit die er fährt aber halt mich wunderts gerade also ich weiß dass wir zerteilt diesen boxenstopp sehr viel zeit von haben aber ich habe jetzt nicht gedacht dass wir waren doch irgendwo 30 sekunden schon weg oder nicht nein ich glaube irgendwas bei 20 hatten wir vorhin aber die letzten runden waren auch jetzt nicht so stark so als sowohl von winzen als von michael nicht 43 30 pro zeit mega auf jeden fall schnell schnell genug haben wir es mal so jetzt kommt der mercy auch ins trage hier der mag noch nicht in der box weiß ich nicht ich kann es gerade nicht nachgucken ja mal interessant zu wissen ich guck kurz mal nach doch weil er war drinnen der ist elf runden draußen jetzt und so lange okay ja beim des wetter jetzt mit zwei also das ist mega face mich über stark unterwegs waren das jetzt ein cup beim besten will nicht von drinnen sieht es mal anders aus als außen vergiss und fahr einfach dann machen wir jetzt fünf stunden und 40 minuten kein cut mehr ist so super wissen ansporn als gut fahr einfach ich kann es mir nur vorstellen dass er in der zweiten zu weit innen war aber die erste war gut so weit raus ist auch nicht da was höchstens die erste keine ahnung wir fährten auf dem schwestern auto wir fährten da auf dem schwestern auto als nächstes ray ray ja das wird tight in zwei stunden ich wollte gerade sagen ja also dass wir auf eins bleiben ja ich weiß ich weiß was du meinst da darfst du heute richtig schwitzen maga ja 42 muss sitzen also ray wird wahrscheinlich 42 tiefer und etwa denke ich mal ja naja jay ist auf zwei also laut meiner anzeige ist jay zwei so also der kann ja auch p3 nichts machen ach so doch gut machen ja der war mein ich war doof okay lassen wir das was soll das verlesen nee er kann ja auch gut machen im sinne von mehr abstand ach so ja stefan das passiert mir aber auch an dieser stelle mal dass ich da zu weit raus war ich glaube das passiert uns allen ja oh mabix dankeschön für den äh äh moinzen was geht bei euch alles gut schön dass ihr eingeschaltet habt äh können wir mal kurz ein shoutout raushauen für mabix das wäre ja ganz nett was habt ihr gemacht heute ich bin noch in der esser zugritte glaube ich gefahren laguna sica ja auch schön dass man den chat fragt und du antwortest spitze wähle ich nicht auch als chat irgendwie ne na bist du von mabix gerade hierher gekommen das nennt man interaktion ich möchte die leute ja hier begrüßen wenn du die frage jetzt schon beantwortet braucht der chat noch nicht mehr antworten sag mal ja wir wollen ja hier den chat bei den heißen temperaturen ja nicht voll auflaufen lassen ach du sch... man ey heute war nicht dein tag hui wann switcht zn to np 1 w wie lange ist er jetzt schon draußen 10 runden also das ja da wird noch so drei vier runden fahren müssen würde ich auch sagen 14 vielleicht 13 14 14 so was in der dritte ja auf 20 minuten am bachsatz haben wir erfahren danke an euch alle für euren support und eure unterstützung in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg tschüss aus peace unser tank reicht mit 120 liter nicht aus für eine stunde fahren also zumindest nicht bei den drei boys bei mir reicht das aber bei den drei boys nicht deswegen müssen wir es müssen deswegen müssen wir auch mit zwei fahren oder die anderen beiden drei müssen auch bei zweifeln stefan wenn du 20 minuten dann drin und bis dann wieder auf 1 umschalten passen wir uns ein bisschen ran das nur gucken die volle auszutauschen aber es ist nicht besser mit frischen reifen mit 1 zu fahren mit den schlechten enden ist jetzt mit 2 mach keinen sinn grundprinzipiell hast du ja nicht ganz unrecht also kommt auch an wie reifen schon du fährst also wenn du deine reifen halt sehr stark unter runter fährst bringt dir das map nachher eigentlich auch nicht mehr viel es macht per se nicht also weniger sinn weil du hast am anfang sind die reifen bestens intakt und da kannst du so gesehen mit weniger map trotzdem fast genauso oder gleich schnell fahren wenn die reifen das so gut halten am ende vom rennen wenn die reifen relativ durch sind und du eh schon in gefühlt struggles dann ihre dass da die zeiten beieinander zu halten dann noch im web 2 reinzunehmen kostet sich bei weitem mehr als wenn das am anfang muss wenn du meinen gedanken an erfolgen kannst so ich kann deinem gedankengang folgen ja absolut äh wollen es laufen habe ich es ja start war ganz gut wir sind auf 1 wieder aber leider auch nur weil das schwester ein auto den pack hatte den ihr letztens auf spa hat wo sich das auto in der box gedreht hat ansonsten wären wir auch p2 aber ansonsten ist gut ja geht so sein gang würde ich sagen Was machen die maps für den unterschied Grundsätzlich sind die maps dazu da die gasannahme des autos zu drosseln oder den motor ein bisschen in der leistung zu regulieren bei mercedes muss ich ganz ehrlich zugeben weiß ich nicht was die drei maps genau machen zu beim ferrari zum beispiel ist mit 1 bis 3 dass das dass die gasannahme runtergenommen wird also dass wenn du drauf drückt nicht nur straight linie ist und wenn so ein bisschen schwung reinkommen und demnach also nachher auch ein bisschen weniger spritverbrauch bei mercedes weiß ich nicht habe ich mich noch nie mit eingelesen weiß spritsparen 3 ist regen so fertig wer hat nur drei Wohl da habe ich aber ich auch schon gehört dass die nicht so ähm äh originalgetreu richtig funktionieren fahrt das high fuel consumption die das würde mit zwei bits nur noch mit viel konzentrieren also drei ist erstmal spritsparen zwei okay ja also am ende des tages wird es wahrscheinlich bei allen autos ähnlich sein nur dass einige ein bisschen mehr wie sagt man eine mehr differenzierung haben für regen und so weiter weil der motor noch ein bisschen mehr gemacht wird aktuell fahren wird 25 ist halt sommer im sommer hast du nicht mehr ganz so viele anmeldungen weil die leute im sommer weniger fahren war mich bist du noch da also ich brauche eigentlich nicht weil ich bin die antwort schon bist du noch da barbix schauen sie noch zu da wird wahrscheinlich schon wieder los sein niklas moin macht sich dein neues gear also dein dein simo cube mit lenkrad schneller ich sehe die schikane einfach nicht das glänzt einfach alles der ganze asphalt ist einfach geld bei mir ich sehe nichts mehr da dann sehen alle einen orientierungspunkt suchen ah, muss ich mal gucken was war der grund warum ihr euch für den amg entschieden habt und nicht für den fefe zentren ist nicht so ein ganz großer fan vom fefe also mittlerweile geht und ich glaube bei winko seine antwort war scheißegal und ich richte mich halt immer nach den schnelleren fahrern was sie gerne fahren wollen ich habe noch ein bisschen gefunden glaube ich weil einfach mehr fühlst und dadurch besser am limit fahren kannst aber das sind vielleicht zwei dreizehntel er gut zwei dreizehntel bei dir sind schon quantensprünge eigentlich also stimmt gut mehr wollte ich jetzt mehr wollte ich jetzt hier nicht erst das mal wird schon schnell genug wäre das so ist es jetzt nicht ich komme mir das auch jetzt gerade mal aus der on-board bei ihm an bei wem bei ähm stefan war wo liegen die ja schicka uuuuuh nice catch hinter ihm hast du es gesehen ne der ist komplett quer und minerale gedriftet ja gut aber das sieht man da schon eigentlich also das war nicht mega prickelnd aber es geht hello moin macht auch mehr lau und dadurch kommt man wahrscheinlich noch mal weiß das ist eigentlich nur eine bestätigung für mich barbex danke danke das ist gut weil ich bin team hier macht einen schneller wenn man auto fahren kann wenn man keine ahnung hat dann nicht und das wollte ich nur wissen weil der großteil der menschen ja mal sagt dass er das nicht schneller macht wenn das konstanter macht das ist ja wiederum auf uns sind ja schneller also er ist nicht schneller doch also wenn du deine pace wenn du schneller mit genauso länger halten kannst dann ist doch schneller als wenn du am struggling bist und dann unterschiedliche rundenzeiten fährst ja aber das ist das schneller was immer gemeint ist dass leute schneller fahren weil sonst würden sie ja sagen ist du würdest du würdest jetzt sage ich ja gut ich habe das ist wie der wortklauerei die diskussion ist sowieso ja ich bin also war der ist schon eine sekunde keine ahnung geben wir eine sekunde warte kurz wir klären das nicht warte kurz kannst du mit 1 fahren jetzt wenn du über ziel rüber fährst hau rein kannst du mit 1 fahren hau rein oh mach ich gleich schon da schön erstmal alles gemmuted hier du bist im discord ja jetzt der bandley vorbei ich glaube dem welter sind jetzt die reifen halt im arsch bei der quersteher das hat mir auch ziemlich die zeiten versaut dann ist es mir auch passiert aber im bentley sitzt gerade einer drinnen der fährt 1 41er zeit die boys die sind schnell davor nicht oder arbeit da haben wir abstand eingefahren ja wir haben jetzt 30 1 41er zeit die boys die sind schnell davor nicht oder weiter haben wir abstand eingefahren ja wir haben jetzt 30 sekunden auf die aber wenn die boys alle so schnell sind bei denen im auto dann ja die müssen halt ja mit kämpfen jetzt gucken wir erst mal was zentral machen wenn der mapping 1 wieder fahren kann gucken wir mal Alpen Gamer ich fahr schon SimoCube 2 Pro also ich sag ja die ganze zeit seitdem ich Gier habe dass ihr einen großen Unterschied macht aber es gibt halt immer die YouTuber die sagen dann hat keinen Unterschied macht ich sag mal so wenn du mich jetzt Logitech in der Hand drückst ne ist klar dass mich das mit Logitech besser hinkriegt weil der kann aber auch mit fucking Augen zu Imular fahren mit seinem Penis am Lenkrad so gut fährt er das also versteht ihr wie ich meine diese Vergleiche bei diesen YouTuber sind halt sehr oft nicht nicht subjektiv objektiv wie sagt man denn dazu weil die sowieso schon muscle memory haben als Fakt nicht objektiv dann wenn dann die Aussage ist grundlegend erstmal nicht so richtig ich sag es halt immer so ähm solange es halt den ähm Amir äh ich glaub Zini heißt er glaub ich gibt der fährt ohne Force T-Pack in seinem G27 äh Top-Zeiten bei den ganzen Aliens solange es solche Leute gibt die das können brauchen wir keine erzählen dass wir das mit dem G29 nicht schaffen können das hat ja auch noch nie einer angezweifelt das hat ja noch nie einer angezweifelt ich denke es ist so ein vagespiel an manchen Stellen macht es schnell an manchen Stellen wiederum nicht ja ist egal ja ob du dir das jetzt kaufst oder nicht das liegt ja natürlich im eigenermessen dass du das damit machen kannst da sind ja halt Menschen wie du äh Mabix oder Schöninger oder Vincent hier jetzt das für die Leute die sind ja das beste Beispiel das mag ja auch keiner zu bezweifeln dass du damit nicht schnell fahren kannst aber die Boys werden auf jeden Fall nochmal ganz eine ganze Ecke schneller wenn sie anderes Gier haben deswegen ich bin so ein richtig ich mag diese Aussage einfach nicht zu sagen Gier macht dich nicht schneller weil das stimmt nicht ja das ist einfach falsch weil eine Häusingweltpedale zu einer Club Sport V3 ist auch nochmal ein riesiger Unterschied aber ein ganz großer Unterschied so aber ist auch ich will das auch schon wieder gar nicht diskutieren ich weiß gar nicht ach so weil wir dich gefragt haben das war mir schon klar dass du sagst dass du schneller geworden bist weil du fühlst das Auto viel mehr kannst halt viel mehr Limit fahren Kalle das ist ein Spektator Bug bei bei ACC ich hoffe dass ich jetzt das gleich lesen kann was ich gerne lesen möchte aber lasst uns zurück ins Rett gehen diese Diskussion ist genauso wie die notsteifen Diskussion ist einfach endlos weil da hat jeder andere Ansichten und das ist auch mal schwer auf einander zu kommen der Stoff heißt Hydrogencarbonat also Hydrogencarbonat ist halt eine Art Natrium in Gehre also im Wasser dem Gehre und Scheiner ist soweit ich weiß eins mit der höchsten Dings dafür und dann wenn du dieses Wasser sollst P2 für Zeiten aktuell P2 fährt 147 also ungefähr deine Pace bist du jetzt für Stefan dann durchmachen oder ja wenn du das machen willst kannst du das machen Michael ist ja nicht mehr da das heißt ich kann keiner mehr anmeckern ich habe das eben gerade nur gemacht weil Michael schon wieder so viel gestreckt hat ich war die ganze Zeit umsteigend ich war die ganze Zeit umsteigend was? was? nicht Spaß was? das habe ich ja extra gesagt damit er das nicht mehr macht am Ende ja es ist egal so ja musst du entscheiden ja nun gib mal fuck der macht das zu Ende jetzt wie gesagt ich habe das nur gemacht damit ich den Sappelhelm hol jetzt für 5 Minuten ja dann passt es aber die holen auf also der Bentley geht nicht unter der Pace da der sitzt da sind sehr schnelle Jungen drin also die sind wohl von 24 gestartet die Boys also weißt du Bescheid was? ja sind die ohne Quali gefahren oder was? weiß ich nicht vielleicht hat der schnelle Boy keine Zeit gehabt für Quali oder so naja gut wie fährt sich der Lambo im Vergleich zu Mecca's keine Ahnung weiß ich nicht man sieht nicht viel scheiße im Lamborghini gefühlt hat man so so ein Bildausschnitt ich denke am Ende des Tages wie mit allen Autos ist persönliche Präferenz ich denke also das ist halt auch immer die wenn mich jemand fragt was soll ich fahren sage ich auch immer such dir irgendwas aus was dir gefällt und dementsprechend habe ich das mit allen Autos auch so wenn mich einer fragt wie der ist weiß ich kann ich dir ja nicht sagen also für mich ein Unfall für mich muss er ja wenn ich jetzt sage für mich ist der scheiße muss er ja lange noch lange nicht für dich scheiße sein also wenn Menschen es gibt ja bei uns im Team zum Beispiel ist es das Zentren den Ferrari nicht so prickelnd findet weil er damit nicht ganz so schnell ist und ich mag den Ferrari aber so dann kann er also wenn du Zentren jetzt fragt wie ist denn der Ferrari sagt er so naja geht so und wenn ich sage dann sag ich wieder ja ist mega dann heißt auch die Frage ob irgendwas cool oder nicht cool ist wirst du sowieso oft hören der äh äh der Aston Martin ist ein gutes Einsteigerauto weil er dir sehr viele Fehler verzeiht das ist aber auch einfach so eine Schüssel die kann jeder bleppo fahren also da ist auch nichts mit fahrerischer Kunst dran so eine Bremse treten einlenken Gas geben fertig wegschmeißen kannst du die Karre eh nicht so und da ich nicht da ich persönlich das für nicht wirklich rennfahr worthy halte sag ich euch ganz einfach fahrt einfach was ihr wollt also fahrt einfach wenn du Lambo auf Lambo Bock hast setze ich in Lambo rein guck ob du den fühlst ob dir das gut in den Füßen und in den Händen spielt und dann fahr einfach los ist auch immer subjektiv ja ist ja auch immer subjektiv wie jemand das fühlt wenn du also wenn ich jetzt wenn du mich fragen würdest wie ich die Lambo finde was du ja jetzt getan hast sag ich dir ich sehe im Lamborghini durch die Frontscheibe nichts und deswegen fahr ich dieses Auto nicht fertig weil ich da einfach nix drinnen sehe weil der einfach so ne niedrige äh so ne flache Frontscheibe hat dass man da kaum was sieht so also wie fährt sich jetzt der Lambo ja weiß ich nicht gerade auch ich sehe nix das Ding ist halt du kannst nicht sagen dass der Aston ein gutes Einstiegsauto ist weil dann weil der vielleicht nicht mal dein Stil entspricht also ich mag den Aston zum Beispiel nicht gerne fahren und ich empfinde das auch nicht dass das ein gutes Anfängerauto ist weil wenn du am Anfang dann ist ja als wenn du mit Stützrädern fährst ja was denn? ich sag nix nein sag doch na du kannst doch nicht jedem immer das Ding ist halt wenn du allen sagst sie sollen Aston Martin fahren dann das hat doch nicht jeder den selben Fahrstil ja in dem Punkt gebe ich dir auch recht das Ding ist ähm also ich empfinde es so bist du in ACC überhaupt zu weit bist zu ähm differenzieren zu können was bedeutet das Thema wie komme ich mit dem Fahrstil oder so überhaupt klar bedeutet ich bin jetzt nicht eine Strecke zehn Runden lang gefahren sondern ich hab mal wirklich so ein paar Wochen mal das Auto um einfach ein Gefühl für das Fahrverhalten eines GT3s zu entwickeln was es bedeutet auch schnell zu fahren finde ich tut man sich mit einem S-Martin oder so einem Lexus leichter es bietet einen super Einstieg und sobald man sagt also es ist natürlich selbst muss man sich das finden sagt okay hey jetzt ähm kann ich das gut differenzieren ich fühle mich super confident dann kann man ja locker easy auf ein anderes Auto umsteigen aber für die ersten Steps also für die ersten Schritte ins Spiel rein rate ich also ich selber rate halt von ähm von Borsche oder sonst was rate ich ab ich sag fahrt ein paar Runden lernt das Spiel die auch also diese diese Fahrdynamik kennen und dann macht was ihr wollt so und jetzt kommt der der Punkt mit rein du hast gar keinerlei Ahnung was Leute in ihren Füßen und Händen haben hast du nicht also es gibt Menschen die haben hier aus meinem äh in meinem Chat haben angefangen mit Porsche und haben gesagt ich kann gar nichts anderes fahren außer dem Porsche so dieses Ding zu sagen der S-Zinn ist ein tolles Einstiegsauto du weißt nicht was Menschen in den Füßen haben also egal welche Erfahrungen äh du voraussetzt ob sie am Lenkrad dran sind oder nicht also jetzt von Anfang an weißt du nicht was für ein Gefühl die haben also wenn ich mir zum Beispiel Sascha angucke also Igay der Trail break seit Tag 1 so hingegen ich das nicht tue und auch also jetzt mittlerweile aber früher nicht getan habe und Menschen haben unterschiedliche äh unterschiedliche äh Skillsets mit denen sie reingehen und lernen so wenn du dir jetzt Jay anguckst der hat schon äh der hat schon äh sehr viel Skill der ist von Anfang an Ferrari gefahren kam damit super zurecht jetzt fährt der Mercedes kommt damit super zurecht und der fährt ja bei weitem noch nicht so viel äh wie alle anderen so und ich halte das ich persönlich halte das nicht für intelligent jedem zu sagen wir erforderen S-Martin oder fahr doch Lexus weil was machst du denn wenn die Leute damit nicht klarkommen und wenn sie das emotional nicht berührt und sie dadurch den Spaß an der ganzen Sache verlieren du kannst ja nicht wenn jemand sagt boah ich hab richtig Bock auf Porsche weil der so ein richtiger Porsche Fanboy ist dann machst du ihm ja die ganze Illusion kaputt dass er irgendwann mal Porsche fahren kann das ist ja nur für Einsteiger auch nicht so freundlich deswegen sucht euch einfach irgendein Auto aus ey das wird immer schlimmer dann in der Schikane ich sehe einfach gar nichts mehr da aber die Sonne ist ja eh also die müsste jetzt demnächst hoch genug sein hast du findst du keinen anderen Punkt dann nimm dich euer Tierherz nicht wirklich ich gehe ja nicht um Bremspunkt sondern einfach weißt du halt wie ich die schneiden oder treffen kann ja ja meine ich ja dass du irgendwo anders hingucken kannst ich sehe halt einfach gar nichts von der Schikane weder irgendwie da diesen gelben Curb da in der Mitte also fahrt worauf ihr Bock habt Leute man kann mit allen Autos schnell fahren und bis ihr in irgendeiner Region seid also das gilt für Mainstream bei Vincent kann das wieder anders sein wenn ihr irgendwann merkt dass ihr das nicht schafft also bis hier sagen wir mal so bis ihr da ankommt wo es relevant ist BOP starke Autos zu fahren ich denke mal das dauert so seine 1, 2, 3 Monate und bis dahin fahrt einfach was ihr wollt worauf ihr Bock habt kommt einfach in Simracing rein kommt einfach erstmal an lernt Bremsen Bremsen kann man mit jedem Auto leeren Gas geben kann man auch mit jedem Auto leeren und Lenken auch es wird sich kein Porsche-Fahrer fragen ob er was was so andere Anfangsautos sind weil Porsche-Fahrer fahren Porsche das ist denn so scheiße es gibt auch Menschen die feiern Lambo voll ab und die wollen Lambo fahren und denen sagst du dann ja fahr doch erst mal denn das ist einfacher ne also keine Ahnung wenn dann also wenn ich halt diese Frage lese wo es per se wirklich per se um diese Frage geht nicht um die ist so wovon man ist es ärgert mich gerade so halt auch konzentriere dich einfach alles gut du weißt noch genug Platz du warst jetzt nicht so viel Zeit miese ich glaube die richtige Frage die man stellen sollte als Anfänger welches Auto hat welche Stärke und welche Schwäche ich denke das ist sinnvoller als was ist ein guter Anfängerauto weil ja es ist Ansichtssache also wie gesagt ich finde ich verstehe halt den Punkt was du meinst finde ich auch nicht falsch in der Hinsicht ähm ja ich sag ja es ist halt das immer weil alle es ist halt einfach per se Faktor das ist halt wie es vorhin ja schon gesagt wurde Aston Martin ist halt wie mit Stützrädern fahren so erste Steps man lernt es kennen und dann kann man ja seinen Traumwagen der Wahl fahren danach ist halt aber es ist halt wie gesagt jeder wie es wie es einem besser findet es soll ja auch nur ein Orientierungspunkt sein welche Fahrzeuge sind denn in Anführungsstrichen in der Hinsicht leichter zu fahren es geht ja nicht darum was ist das Topnotch Einstiegsau sondern welches kommt einem Anfänger denn mehr entgegen naja im Grunde ganz ehrlich pass mal auf um jetzt mal den Aston Martin aufs Spar zu nehmen wenn du nicht weißt wie man O'Rouge fahren soll dann kriegst du auch einen Aston Martin da nicht hoch ja klar so und deswegen ist es am Ende scheißegal der Aston Martin ist wenn du so deine zwei drei Wochen drinne hast ist der vielleicht ein gutes Fahrzeug um noch ein bisschen Zeit rauszuholen aber am Ende des Tages kannst du das mit jedem anderen Auto auch machen weil du lernst ja mit dem Fahrzeug umzugehen mit deinem Anfangsauto lernst du ja das umgehen ob du Nissan fährst ob du also bei mir war es Honda Nissan Lexus so und da also da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern da habe ich meinem Chat beschrieben was ich gerne machen möchte und mein Chat hat dann zu mir gesagt probier mal Lexus aus beim Lexus so und das ist halt so das Prinzip was ich verfolge weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt du pass auf ich fahre so und so also ich habe so das Gefühl ich schmeiße die Autos immer in die Kurve rein dann kann man damit mehr anfangen als zu sagen dann fahre Aston Martin weil das ist einfach nicht allgemeingültig dass das für jeden passt ja es ist halt genau es ist halt man muss das halt schon differenzieren was die Frage ist das ist halt immer dieses Ding ja deswegen ist das halt dieses Anfänger Anfangsauto Sache ist halt nicht immer nur Aston oder Lexus weil die fahren sich vielleicht wie auf Schienen aber wenn jemand nicht auf Schienen fahren kann gibt es ja auch es gibt Leute die können das Ding patroulisch fahren ja gut aber wenn der jetzt keine Ahnung sich da irgendwie irgendein Auto schnappt ein Lambo zum Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel schon ein Auto was schwieriger zu fahren ist dann wird dir das ja noch schwerer sich tun zu lernen also oft sind halt diese Sachen wo ich sage wie gesagt ich finde es ist bei weitem überhaupt nicht schlimm dass ein Aston einen da an die Hand nimmt ich finde das ist super dass du halt mal lernen kannst okay wie kann ich drüber prügeln oder sonst was tun und dann merkt man auch mit den anderen Fahrzeugen Unterschied aber das ist so eine Totmannsdiskussionssache das merkst du ja man kann da Argumente schon verlieren oder nicht im Endeffekt kann man sonst finde ich kann man sagen wie ihr könnt mit dem Auto fahren mit dem ihr Spaß habt mit dem ihr fahren möchtet aber es gibt halt Fahrzeuge die kommen einfach faktisch einem mehr entgegen wodurch man es sich auch leichter machen kann einen Einstieg ins Simracing zu finden um halt auch vielleicht auch eine gewisse Art von kompetitiver Grenze auch schneller erreichen zu können schön ich musste kurz um es so diplomatisch mal irgendwie versuchen vielleicht so ein Länder zu finden das ist wie mit allen anderen Dingen ich glaube da hat jeder so seine Ansicht und das ist auch gut so das ist wie mit der Simracing das sind auch so Dinge die beschreibt jeder Content Creator anders weil jeder einen anderen Weg hat zu lernen das ist genauso wie lernt man Strecken wie lernt man Bremspunkt wie lernt man dies, das Ananas das macht jeder anders also ist halt wirklich so am Ende des Tages also ich brauche mich jetzt nicht hinsetzen und dich entkräftigen weil deins auch nicht falsch ist ich sage auch ja also verstehst du wie ich meine da gibt es halt verschiedene Ansichten diese stundenlangen Gespräche die man darüber führt sind eigentlich immer so sinnlos also es ist wirklich die Beginnerdinge sind alle sinnlos weil dir jeder was anderes erzählt weil jeder andere Erfahrungen gesammelt hat und daraus kann jeder Mittelwert quasi bilden und dann damit was anfangen der schlimmste Fehler wäre einfach als Anfänger der schlimmste Fehler wäre den du machst nicht weiter zu fragen nehmt nicht immer also nicht einfach ein Auto nehmen und stumm fahren sondern immer immer fragen lieber einmal mehr gefragt als einmal zu wenig also vor allem am Anfang kann man viele Sachen lernen indem man einfach fragt und sich Sachen anguckt ich glaube das ist so die wichtigste Sache die man am Anfang lernen muss das war kein Cut okay äh ja du bist schneller langsamer gewesen nach dem Holperer ja wenn ich eine Verwarnung normal bekommst du ja rechts dann auch noch so eine Anzeige ne ja passt warte mal kurz also deine Pace ist super das ist alles gut wie du das machst wir halten zu P2 jetzt gerade in Abstand also das ist so alles super ich schau einfach mal den ersten Sinn hinterzubringen und dann hast du schon mal ein gutes Stück geschafft weiter so was war das denn jetzt was ich hab schon also ja ok ich hab nebenbei schon mit ihm gesprochen also ich war schon wieder schneller als du aber ist ok entschuldigung ist Gewohnheitssache bei mir Verzeihung ist egal ich krieg da doppelte positive Vibe Kappa also aufhören zu meckern bin noch schlimmer wie ich was ne es gibt keinen der so schlimm meckern wie ich du meckerst nicht ich? ne du quatschst unnötige Scheiße das ist aber nicht meckern ach so ist halt wirklich so Synergy Vincent quatscht halt immer ein halbes scheiß Buch ist so und dann auch immer so aufgeregt und dann ey du also der Pace ist super das machst du richtig klasse jetzt hier ne und dann bin ich das halbe Buch und dann krieg ich auf einer Karten rede ich einfach ultra schnell wie ein fucking Wirbelwind und jetzt geht's wieder weiter kannst du gleich wieder noch pushen Gas 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 die Kurve ist super genommen top Ausgang und schön freut mich dass die Karte wieder läuft so okay nächste Runde melde ich mich wieder das ist Vincent ungefähr und dann aber auch immer super aufgeregt und oh ich muss gar nicht mehr ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen man könnte auch einfach einen halben Satz draus machen und sagen mh sieht gut aus schön weiter fertig das wäre ja zu langweilig ja ach Winnie Vincent du kleiner Piepmatz was heißt denn hier klein naja du bist jung und dem entsprechend klein was soll ich mich aber schon in meiner Moment ich kataskriminiert ja wenn du dich nachher in dein komisches perlweißes Auto reinsetzt kannst du wieder dicke Klöten haben aber hier bist du halt der kleine Junge was soll das jetzt heißen naja dass du dich nachher in dein Auto setzt und wieder dicke Klöten hast genau das was ich gerade gesagt hab dann kannst du wieder nachts mit 200 auf der Autobahn ballern wie ein Hell bist du alt nimmel ja das Ding ist halt was der Lach du sagst diese Dinge wir nehmen diese Dinge und wir halten sie dir vor du bietest uns ja quasi die Vorlage siehe Staubsauger was für ich hab im Staubsauger nichts gesagt nee ich bin kurz AFK und dann fängst du halt im Stream an Staub zu saugen es war kein Staubsauger ach so ich hab doch geschrieben dass ich so luft feuchter gedönster Cleaner hab jetzt halt also wenn sie das ist meine ich möchte mal kurz anmerken also wir haben ja oft diesen Punkt wo du mir sagst das habe ich ja schon geschrieben ne und dann denke ich mir so ja wir haben den kompletten disco gemutet und dann frag ich mich immer so ja Vincent in welchen der 500 Kanäle hast du mir denn jetzt äh relevante Informationen geschrieben ja in welchen wohl ich weiß dass du vorhin gesagt hast dass du Luftglieder hast aber woher woher Vincent soll ich mir denn jetzt her reimen wenn du sagst ich bin gleich wieder da und im Hintergrund geht los woher soll ich mir her reimen dass das ein komisches Wind Ding ist da hättest du einmal nachgedacht Mensch Ja, natürlich. Und dann denke ich mir am Ende so, ach Vincent, schöne Penispumpe. Hä, wo kommt das jetzt schon wieder her? Das ist ja völliger Quatsch. Ja, genau. Die Penispumpe. Machst du jetzt deinen Job oder nicht? Ja, was denn? Hast du schon wieder was verpasst? Ja, wir sind bei 5 Stunden und 3. Das heißt, er muss irgendwann rein. Frag ihn, ob seine Reifenbrücke passen, ob alles cool ist, ob wir was anpassen müssen, damit wir früh genug darauf reagieren können. Frag ihn am Sprit. In Kurzform. Ja. Na ja, dann mach deinen Job jetzt los. Alles gut, Mami. Nee, wenn es Papi, danke. So groß sind die Brüsten. Okay. Aber der Ende in der Piste doch schon so wund. Wie viel hast du denn noch auf der Uhr? Äh, 12 Minuten. Ähm, ja, wie ist es mit der Drücken aus? Eigentlich soweit gut. Muss ich mir dann nochmal durchgeben. Ähm, willst du dir jetzt so lassen, oder? Würde ich sagen, ja. Wie viel Grad ist denn wärmer geworden? Das sind jetzt bei 18 Grad. Ich glaube, du bist bei 17 gestartet. Ja, gib mir mal vorne wieder den ganz normalen halt, minus 1, wie vorher auch. Und hinten rechts machst du mal plus 1 drauf, ansonsten lässt du das so, wie es war. Und bin ich mal am Ausrechnen. Was für... Was musst du denn jetzt rechnen? Ich... Keine Ahnung, was denn von mir wollte er jetzt... Nimm jetzt die Sam-Drückung und mach ihm das so, wie er es will. Okay. Gut. Hä? 26, 9, 26, 2, 26, 8, 25... Kannst du jetzt mich auch für meine Aufgabe hier da zu unterbrechen? Ich muss mich ja konzentrieren. Das sind hochkomplexe mathematische Formen, die ich anwenden muss. Ey, Maga, wenn du das nächste Mal Renningenieur machst, ne? Du hast mich hier reingedrückt. Jetzt hör auf zu. Ja, Mann. Ich hab dich da gar nicht reingedrückt. Doch. Ich hab dich... Okay, ja, doch, stimmt eigentlich. Ich hab dich gefragt, weil du ja gesagt hast, wegen der Allergie, ob du heute Renningenieur machen willst und nicht fahren möchtest. Aus Nettigkeit. Und dann hast du das am Anfang ja auch übernommen. Ja, du hast gesagt, denn hinten rechts will er eins hoch haben und den Rest will er... Okay, gut. Vorne eins runter, hinten links bleibt so, hinten rechts plus eins. Ja. Dann hab ich's. Ah. Gut, dass du die Hochmathe mal... Also, ich seh dich auch in Beautiful Mind einfach, weißt du? So an der Tafel... In Beautiful Mind. Einfach an der Tafel vorbeilaufen. Also, das würde jetzt vielleicht peinlich, aber ich hab keine Ahnung, ob das eine Filmanekdote ist oder von so... Nee, das ist ein Film, ja. Okay, gut. Den kenn ich jetzt leider noch nicht, den muss ich vielleicht mal nachholen. Das ist so, das ist eine Hochschule und da sind an so einem Kreidebrett auf dem Flur sind sehr schwierige mathematische Aufgaben dran und der Hausmeister ist superintelligent, aber hat irgendwie gar keinen Bock, sich dementsprechend zu geben und ist so ein Arbeitertyp und der geht halt nachts beim Putzen an das Ding und löst das ruckzuck. So, und ich wollte gerade sagen, Vincent, du bist ja Hausmeister und Verschäser. Ah, das ist ja sehr lieb von dir. Ja, es war übrigens Good Will Hunting und nicht Beautiful Mind, weil Beautiful Mind war was anderes. Ich hab scheiße erzählt, I'm sorry. Ach, alles gut. Wie lange seid ihr verheiratet? Das ist bei uns normal. Wir fahren viele Teamrenzen zusammen. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Und es ist sieben Uhr. Also eigentlich sollte das noch ein Grad wärmer werden. Frage ich ihn nochmal. Also ich glaube, du solltest solche Aussagen heute nicht. Natürlich wird das noch ein Grad wärmer. Ja. Aber wenn er sagt, dass er das so möchte. Ich hab deine Drücke soweit. Kurze Frage. Es wird jetzt gleich nochmal, nächstes sind vielleicht ein oder zwei Grad wärmer. Willst du dich so lassen trotzdem? Dann machen wir mal überall 0,1 runter. Alles klar. Kann es durchgeben, ne? Ich bin noch nicht so weit. Was zum Kuckuck machst du? Ich schreib das gerade um im Discord. Dann sag ihm das, wenn er bereit ist. Er fragt dich doch danach. Dann schreib das doch danach auf. Wir können es gleich machen. Ich liebe Vincent so sehr. Ich liebe Vincent einfach so sehr. Ach, Vincent. Ach, Vincent. Ich liebe Vincent. Also ich möchte jetzt nicht drängeln, Winz, aber er muss bald rein. Ne, ich mach das auf der Straße mit ihm. Du bist nach der Schikane und dann bist du statt zu dir. Kannst du schon? Ja. 26,8. Ja. 26,1. Ja. 26,6. 26,6. Ja. Ja, hab ich. 26,3. Weil ich hab dir da hinten rechts ja diesen gewünschten einen mehr drin. Alles klar, danke dir. Hab ich. Du hast hinten links zu viel runter. Du hast hinten links 0,2 zu viel runtergenommen. 0,2? Ja. Dann hat er denselben, den er jetzt hat. Du hast hinten links 26,6. Ja. 26,8 war das, was er wollte. Da wollte er nichts drauf und nichts runter haben. Davon eins weg. Es sind 26,7. Ja, dann ist er nur einer, äh, nicht zwei. Ja, passt. Mach mal dann. Also, ich wollte, damit wollte ich sagen, du hast zwei abgezogen und das zu viel. Das war das eigentliche. Ach so, okay. Ja, passt, passt. Ja. Äh, hinten links müssen wir auf 26,7 noch mal ändern. Okay, mach ich fisch. Okay. Mach ich fisch. Okay, mach ich fisch. Okay. 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 Ja, Michael bezahlt, dass der für uns hier, dass wir hier P1 sind. Ich glaube, ich werde so eine Excel-Tabelle fertig machen, wo man einfach immer nur einen bestimmten Wert eintragen muss und dann macht er das von Automan von alleine. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Da haben wir das mal für die ganzen Reifen und so. Können wir uns so eine Bibliothek machen, quasi. Ja, gut, danke schön für 39 Monate. Sorry, wenn ich dich gerade angeschrieben habe. Hä? Hä? Wann? Ja, weil du nicht aus dem Arsch kommst. Nee, passt doch, war doch gut. Was doch? Hä? Ist doch alles cool, Leute. Was sind da los? Nix, gar nichts. Muss ja trotzdem nicht sein. Man kann ja auch in Ruhe sein, dass du nicht mal beiligst. Maka, du hast gerade drei Runden gebraucht, Alter, für die Scheiße. Was da los? So, jetzt kommt dann die Indip. Lieber sitzt drei Runden und wir haben es richtig gemacht als eine Runde und irgendwas ist kacke. Du hast es aber nach drei Runden immer noch nicht richtig gemacht. Atlas wie ein Sau. Du hast es nicht mehr nach drei Runden richtig hingekriegt und das ist minus eins, Alter. Minus fucking eins. Und der ist ein Screenshot. Das ist ein Screenshot im Discord. Wenn du die Zahl siehst, machst du einfach minus null Gruppe eins, Witz. Da brauchst du doch nix schreiben. Das kannst du doch da sagen. Das ist gut, das weiß ich nicht. Scheiße, die Kriegers, Alter. Witzig. Das, ohne Scheiß, das kriegen die Nachbarskinder und die sind doch nicht in der Schule schnell. Ja, es ist doch gut, du klickst dir. Es ist doch gut, Alter. Du hast dafür drei Runden gebraucht, Witz. Drei. Entschuldigung, ich darf dir lieben, Witz. Ist das ein Wichser, oder was? Ey, weißt du, das ist deine Allergie. Komm, das ist heute einfach, das ist deine Allergie, Punkt. Die kickt einfach gerade rein. Bei den Tabletten, wo ich drin hab, könnte ich mir das sogar tatsächlich jetzt mal vorstellen. Naja, deswegen sag ich ja. Vincent. Richard Check, Sprit, Reifen. Alles drinne, alles drinne. Du selber fährst? Ja, alles drinne. Okay. Aufbauende Worte. Wie viele Minuten Restenzeit? Eine Minute 10 oder so, was hatte ich noch? Ja, perfekt. Dann kommen wir mit 20 Minuten, zwei ungefähr, super aus dem Stimmen raus. Ja, passt super. Ja, Pace passt super. Also, hat super gehalten, Abstand passt, ist in der Hinsicht mega. Jetzt musst du dir noch eine Sonnenbrille holen und dann ab dafür. Ne, passt, machst du. Auf geht's. Spitzen, Boxen, Stopp. Das war ein richtiger Fünf-Head. Nee, Map 2 ist richtig. Vincent, wir sind bei 50 Minuten rausgefahren, gerade. Das heißt, wir fahren ungefähr 20 Minuten Map 2, damit das passt. Bist du noch da? Ich hör dir zu. Okay, also 20 Minuten müsste ungefähr Map 2 sein. Nur, dass du das einen Blick hast, das wäre bei... 4 Stunden 30. Ich glaube, das kriege ich gerade noch so hin im Rande meiner geistlichen... Das wollte ich so nicht sagen. Ich wollte dir eigentlich nur entgegenkommen und dir das schon einfach so geben. Aber okay. Okay, danke. Na klar. Also, dass du das einen Blick hast, dass du ihm sagen kannst, man auch umschalten muss. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Bentleys rauskommen. Warte mal. Also das wird nämlich tatsächlich, glaube ich, nochmal richtig knapp. Das Ding ist, Chase ist aber auch nochmal ordentlich zurückgefallen. Ist da irgendwas passiert? Weiß ich nicht, ist das jetzt nicht recht? Ja, also 20 Minuten. Also letzte... Letztendlichs, was du noch rausfinden könntest, was für uns relevant ist und auch für dich, wenn er irgendwann mal ein bisschen Luft hat, wie viel Sprit, der jetzt am Ende noch im Auto drin hatte, nach 20 Runden, weil er erst 15 Runden ist ja gefahren und bei der 15. hat er umgestellt. Das sind 21,6 Minuten. Also in der Theorie muss er 21,6 Runden, äh, 21,6 Minuten fahren auf Map 2. Da ist aber die Frage, wie viel Sprit übrig war. Wenn da noch 5 Liter drin waren, kann er auch einfach 20 Minuten fahren. Und ab dann hochschalten. Weißt du noch, wie viel Restsport du hattest? Äh, 4,2 Liter oder so. Also eine Runde extra... Aber ich habe ja auch nicht genau 20 Minuten, ne? Wir waren, glaube ich, ein bisschen drüber bei den 20 Minuten. Genau. Ja. Also sollte er... Das passt zu weit, fahr mal und wir schauen dann. Äh, okay. Dann sind wir bei 21,6, äh, 21,6. Das heißt, er müsste 16 Runden, äh, 16 Runden müsste er mit Map 2 fahren, dass das passt. Okay. Werte Runden sind dann diese 21,9. Ne, 16 Runden ist sogar noch eins obendrauf extra, falls irgendwas passiert, weil das ist... Also mit 4 Litern ist schon sehr tight. Ne, äh, ja, 4 Liter ist ja eine extra Runde. Naja, genau. Ja, ja, er hat ja 3,3 Verbraucher, also mit 4 Liter hat er ja noch eine extra Runde Sprit drin, also... Äh, dann passt das ja mit den 21 Minuten, ja, easy. Aber was passieren sollte, das musst du ja auch immer einrechnen. Ist ja nicht... Also wenn ihn jetzt einer rauskegelt oder so, oder weiß ja gar nicht. Ja, dann verlieren wir ja Zeit. Dann ist es ja... Kommt es ja uns immer noch entgegen. Es geht ja um den Sprit, nicht um die Zeit. Ja, ja. Aber der Sprit ist ja auf die Zeit gerechnet, die uns ja vom Stint abläuft. Das bedeutet, wir brauchen länger für den Stint, weil wir ja ausgekiegelt werden. Ergo wird dann auch der Spritverbrauch ja dann dementsprechend vermindert. 4,28. Umschalten. Also, ja, 4,28 umschalten dann. Ne? Für dich jetzt. 4, 4 Stunden, 28. Umschalten. Okay. Ja, das... Für mich wird HDS Sint auf jeden Fall, ja. Ja. Wie lange einfach die Bändlis drausbleiben. Ja, ich... Ja, genau jetzt fahren sie in die Box, ja. Äh, Ackerson, wir sind noch nicht Boxenstopper reinigt, Leute. Äh, Ackerson, wir sind noch nicht Boxenstopper reinigt. Ein Bändlis, also die 2 ist aktuell vorne in der Kurve drinne, die fährt jetzt rein. Der andere müsste drinnen sein. Ja. Die... Ach, die steht drinnen. Also sind wir wieder eins. Jetzt müssen wir gucken, wie viel Zeit wir gut machen. Ja. Die 1 ist noch nicht rausgefahren. Ne, der fährt jetzt erst los. Also, wir haben schon... Ich... Ich weiß nicht, ob die beim Boxenstopper was verkackt haben. Mal gucken. Ist der jetzt aus der Box? Ja, das... Wir werden wahrscheinlich immer noch so 30, 40 Sekunden haben. Wir sind jetzt bei... Ähm... Was? Ja, Xenotlap gehabt und hat auch, äh, zwei Schnittsättel gehabt. Das sind doch keine 80 Kunden. Der ist ja nicht stehen geblieben. Naja, unser Boxenstopper darfst du ja nicht vergessen. Hinziehen, hindrehen, äh, weiß der Geier. Also, hatten alles... Der ist doch super hingestellt. Der hat sich doch easy... Der hat auch keine hochheben. Kein Eis, was hier willst. Wenn du das alles nachher aufaddierst, bist du wahrscheinlich schon bei... Beim Zehner vielleicht. Hä? Hallo. Guckst du bei Pitball? Ich hab Pitball nicht offen. Okay. Wäre nett, wenn du das machen könntest. Ich hab Pitball offen. Danke. Da steht nämlich gerade, dass wir 3,7 Sekunden Gap haben. So. Wir haben 22 Sekunden Gap haben wir jetzt. Dann hat er wahrscheinlich noch eine starke Inlab gehabt. Also... Ich werde es ihn dann nochmal fragen, ob er geliftet wurde oder nicht. Also... Also, ob er halt, äh... Geschoben wurde in der Box. Würde mich jetzt interessieren. Äh, bist du im Boxenstopp geschoben worden? Was bin ich? Äh, ob du da nicht direkt perfekt in der Lücke warst? Ja, aber das war ganz minimal. Äh, warum fragst du ihm das jetzt? Also, ich wundere, wo die 8 Sekunden wurden. Haben sie nicht. Ist egal. Fahre einfach weiter. Ignorier das bitte. Ähm... 8 Sekunden. Die waren bei 27 Sekunden. Vor dem Boxenstopp. Jetzt sind wir bei 22. Also knapp 23. Also haben sie 4 Sekunden geholt. Was völlig normal ist. Zwei Schnitzer von Xentren. Oben in der Schikane. Und hier unten. Überhaupt hat es eine halbe Sekunde gekostet. Alles gut. Fahre einfach weiter bitte. Ignorier das. Okay, krass. Das wollen wir... Wenn mich verwundert, ist alles schon echt. Naja, ihr denkt halt immer, Wunder, was ihr da veranstaltet für eine Wunderwerke. So, wenn du das halt aufaddierst nachher, dann kommst du halt auf eine Menge. So, wenn die jetzt vielleicht keinen, keinen, äh... Keinen Schaden hatten, vielleicht sind sie besser in der Box gekommen. In-Lab plus die beiden Schnitzer. Verkehr, weiß der Geier. Du darfst ja nicht vergessen, dass die ja auch so schon viel stärkere Runden fahren. Als Xentren. Das kommt ja auch noch mit dazu. Manchmal. So krass jetzt auch nicht. Also... Ja, was sind denn vier Sekunden? Zwei Schnitzer sind, sag ich mal, bis zu einer halben Sekunde. Äh, den reiten Rauschalen. Die Frage ist, was für Schnitzer? Ich hab das jetzt nicht im Kopf, aber eine versaute Runde kostet sich eineinhalb Sekunden. Höchstens. Naja, siehst du. Denn den, äh, vielleicht hat der ja eine starke, äh, In-Lab gehabt. Xentren, seine In-Lab war jetzt auch nicht so gut am Ende. Und dann addiert sich das halt auf. Und wir sind ja immer noch bei 22, 22, 7. Also haben wir vier Sekunden. Äh, guck mal, es wird jetzt sogar noch weniger. Jetzt sind wir schon bei 21. Hat der, wo ist der eine Bentley denn eigentlich? Der ist ja auf P6 runtergerutscht. Ja. Den musst du wahrscheinlich reparieren, weil er hat sich gedreht. Und jetzt ist der Aston auf P3. Und der ist hinter dem Bentley. Aber war der Aston vielleicht nur nicht in der Box? Hallöchen. Kann ich mir aber auch kaum schlimmer stellen. Ich hab den Abstand halt nicht im, äh, im Kopf gehabt. Also ich weiß nicht, was der Abstand war vorher. Ich auch nicht. Also wenn du, sag jetzt nicht, ich auch nicht, Alter. Ich hab, ich weiß, dass wir bei 30 ungefähr waren. Ungefähr 30 Sekunden. Ungefähr ist einfach mal die beschissenste Aussage, um so eine Problematik. Ja, 30, 30 Sekunden und 500. Ja. So. Und bei mir sagt Chat schon zwei, also schon drei Leute reden von 27. So. Also wenn du es nicht weißt, warum diskutieren wir darüber? Das ist doch, also die Diskussion ist sowieso schon wieder total Banane, weil wir sind noch vorne. Dann, ja, dann diskutieren wir da nicht mehr drüber. Du kannst darüber diskutieren, aber es bringt uns nichts. Weil wenn du sagst, es sind 30 und der Chat sagt 27 und am Ende stellt sich raus, dass es 24 war, dann können wir jetzt so viel rumknobeln und rätseln, wie wir wollen. Aber es bringt uns ja am Ende nichts. Naja, was anderes machen wir gerade nicht. Wir reden hier gerade einen Aschenbecher mit Zigeuner, Entschuldigung, darf ich nicht mehr sagen, mit, weiß der Geier, mit irgendwelche Pisse drin und wir reden da, der Rätsel da irgendwas raus. Okay, gut, andere Frage. War der Esten schon in der Box? Welcher Esten? Die 259. Kann ich dir sagen? Warte. Gib mir eine Sekunde. Der Mo... ja. Der Esten war auch drinnen mit uns in derselben Runde. Ne, genau in derselben Runde wie der, äh, wie der Bentley. Krass. Also worum es mir halt einfach nur geht und das, ich will nicht dir sortieren, du fragst halt Zentren Dinge, die ihn überhaupt nicht zu interessieren haben, die Unruhe für ihn bringen. Weil er jetzt überlegt, warum du ihn fragst, warum er da gestanden hat. Und das ist halt für einige Fahrer, also Michel ist... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Michel ist es egal, aber er sucht jetzt Fehler bei sich. Ne? Ja, das ist schon richtig, ja. Ist halt unwichtig. Du bist vorne, okay. Du hast genauso wie mit dem Verbrenzen mit Michel vorhin, es passiert halt einfach. Dann steht er da scheiße drin und dann ist gut. Thema abgehakt. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Geht nicht. Und warum das so ist, wenn du keine genauen Informationen hast, ist auch egal, weil das ist halt im Kaffeesatzrat. Ja. Und wie gesagt, wir können das ja beide machen. Für uns ist das ja cool, aber das auf Zentren abzumälzen ist halt bescheuert, weil der muss halt fahren. Ja. So. Ja. Bei dem hat er das schon super. Ja, ja, steht das in Separate, Teamspeak und Discord. Der hört das nicht, was wir bereden. Das Rennen geht acht Stunden, genau. Also wir fahren acht Stunden, reale Zeit. Also wir fahren jetzt noch vier, eineinhalb Stunden. Ich bin schon wieder fast um. Ich bin schon wieder fast traurig. Ich bin noch nicht mal gefahren. Deine Zeit kommt gleich. Ich gehe jetzt aber gleich pull an. Ich mach das. Ich schwöge gern, zieh mir Schuhe an und dann geht's los. Ich muss noch drücke schnell rausfahren. Mach das. Also du bleibst hier oder gehst du auf Karte zwischendurch? Okay. Ich bleib hier, ist ja klar. Okay. Dann bin ich gleich wieder da. Warten, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 Meinst du, eine 29.7 auf Zoll ist akzeptabel? Natürlich ist diese Zeit akzeptabel, aber sollte die nicht akzeptabel sein. Man, Joschi, von dir auf Zoll erwarte ich eine 28er Rennphase, du kannst so schnell fahren wie ich, also streng dich mal an. Reifen sind soweit in Ordnung? Ja. Okay, super, passt. Bin grad irgendwie ein bisschen schmierig, aber warum auch immer, keine Ahnung. Na ja, ist jetzt vielleicht diesen Umschwung von schmierig auf trocken. Ich weiß, was ich mein. Von der Strecke her, also. Ja. Genau. Aber nicht mehr lang, dann darfst du Map 1 fahren. Äh, ja, 28er Rennphase, Joschi. Ja, 28er Rennphase, Joschi. Ey, warum kommt mir denn ein einziges Heckchen in der Kurve, verdammt? Also ich weiß nicht, ob das damit, wie gesagt, dass jetzt der Group zurückkommt, das zu tun hat, weil wie gesagt, du hast halt die Balance hinten gehabt, das TC ist noch anders bis zum Training, also musst gucken, das ist jetzt natürlich schwer, weil jetzt kommt diese, glaube ich, Stefan jetzt diesen Umschwung vom Kryptenniveau von etwas schmieriger zu ein bisschen ruppig und das macht immer der zu schaffen, aber ich werde ihm jetzt auch nicht sagen, ich glaube, das merkt er selber, wenn er das hat, du schaltet das hinten, die auch ein bisschen näher kommen. Ja, wir haben ja noch Zeit, da hat er noch zwei Runden, ich lasse ihn das halbfahren. Äh, Royale aber, das machen wir nicht, weil es darum geht, Zeit hintenrum gut zu machen, dass wir da weniger den Stint, also dann können wir Splash & Dash machen, mehr den Reifen quälen oder wir haben einen Puffer für einen Crash zum Beispiel, dass wir da auch nichts verlieren, also deswegen immer Zeit gut machen, immer Zeit gut machen, ist ganz wichtig. значig single, es heißt nur, es geht um sich, wenn doch jetzt ist, du so sehr beats, du so sehrст weil ich dir wenn du das bauchst, zum Beispiel Logan mal so gut machen trains in Deutschland bin, aber ich euch immer sch flagship, ein bisschen Andrew Field vor dieinine bis zum Beispiel von Jahr 5 за depende дос dingen bekommen, Oh ja, ich euch da so? Ah, das war jetzt eine schreckende Nacht heute. So, wie er da? Hallo, danke für den Follower, herzlich willkommen. Wie lange muss er noch? Eine Minute. Also die Runde lasse ich ja noch fahren und dann... Also ist er bei der Hälfte? Ja, ungefähr. Dann fahre ich jetzt die Drücke raus. Also sind seit Harder ja noch über... Das sind ja so die ersten 20 Minuten. Ja. 18, 18, 19, 19. Dann fahre ich 20, 20. Das ist gut. Ach, mir ist ja auch... Äh, 20... Vielleicht ist er auf 8 Uhr, ne? Also du wirst halt von ca. 20 Grad auf 22 hochkommen. Ich fahre ja schon fast 9 Uhr dann. Du fährst, äh, 8 Uhr auf... Wie spät ist es jetzt aktuell? Okay. Wir haben es jetzt 7, 38. Dann fahre ich 8 Uhr, da hast du recht. Okay. Ich war gerade bei... Ja. Eine Stunde weiter. Und Average Temperatur 22. Ja, das habe ich. Okay, perfekt. Das habe ich. So, dann fahren wir das Head-Up hier. 18, 18. Warum stehe ich denn 20 ein, wenn du mir 18, 18 gibst du Horst? Aha. Hä? Ja, das frage ich mich jedes Mal bei dem Wetter-Scheiß hier. 22, dann müssten wir eigentlich bei 20 sein. 22 ist aber diese Average Temperatur im Durchschnitt. Aber, okay. Also, der Corsa rechnet da immer irgendwas gegen. Ja, jetzt bin ich bei 20, 20. Ah, siehste. Ich muss immer 2 Grad mehr machen. Ja, die Kamera. Hat mich in mir so einen netten Track gezeigt. Was ich meine. Stolzen ist die Average. Das hat nichts mit den aktuellen zu tun. Was für eine Umstellung. Also, P2 rast halt übel an. Also, die... Boah. Die Böllern. Ja, ich sage Uma. Da advertisers那个, was wir geblieben. Also, wib ich那么 schnell nach unten weg. Was würdest du solg зап WAG an? Das war's. Oh, die Kamera ist schief. Die muss ich noch richten. Das war's. 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 Das war's.